Wir sind drin. Hi, Alex. Hi, Dizzy, Nils, Entschuldigung. Danke, dass du dir gestern, also mir die Möglichkeit eingeräumt hast, eine Sache im Privaten zu erledigen und das auf heute verschieben konntest. Das finde ich sehr nett von dir. Du hast einen gut. Erstmal vorweg, ja. Was gibt's denn zu essen gerade? Ich wollte eigentlich Reste essen, aber dann habe ich die Zeit mal wieder so ein bisschen vergessen und auf einmal war es 5 vor Hardcast und jetzt reicht es gerade nur noch für so eine Lowe-Schale Smacks. Ich mag Smacks eigentlich ganz gerne, aber ich muss das auch nicht zu oft haben. Verstehe ich. Also ich glaube grundsätzlich, diese, wie sagt man denn, Kellogg's Dinge, die hören, glaube ich, so nach einem Beutel auf, oder? Ja, bei mir auch. Ich brauche die dann nicht öfter. Ja. Ist ganz normal, ja. Man isst dann aber auch diese eine Tüte in zwei Tagen auf. Die steht erstaunlicherweise schon seit zwei Wochen bei mir und ich gehe da immer mal so ein bisschen dran. Das ist total untypisch für mich. Normalerweise, wenn ich so eine Packung Frosties hätte oder auch die Cornflakes, wo ich dann gefühlt nochmal so eine Tonne Zucker reinkippe, klar, die hält normalerweise nur zwei, drei Tage, ja. Kellogg's Frosties? Hast du gerade Kellogg's Frosties gesagt? Ich esse, also ich esse so die Klassiker. Also ich habe das schon, ich weiß nicht mehr, weil ich das letzte Mal Frosties gegessen habe. Warum? Hast du ein Problem damit? Ja, weil du gesagt hast, du machst noch Zucker rein. Nein, in Frosties jetzt nicht. Kennst du das? Kennst du die Serviervorschläge von Frosties? So mit Erdbeeren und auch so ein paar andere, Johannesbeeren und so ein Zeug. Ja. Hast du das mal ausprobiert? Das finde ich geht gar nicht. Ich habe einen solche Dinge mit Marmelade. So ein Löffel Marmelade dazu. Mega geil. Ja, auch geil. Auch geil. Dann hast du so, dann hast du so eine Marmeladenmilch, ne? Ja, genau. Aber dann die normale Milch dazu. Nicht die normale Milch, sondern die normalen, die nicht gesüßt sind. Unfassbar lecker. Okay. Und Nutella ist da auch ein richtiger Jam drin. Kein Scheiß jetzt. Also wirklich, kein Witz jetzt. Probier mal aus. Ich glaube, wenn ich Nutella da reinmachen würde, hätte ich ein Problem. Das wäre dann so, ja, mal gucken, wie viel da so rein passt so, oder? Okay. Definitiv. Ja, da bin ich ein bisschen gestört, was das angeht. Hallo Nils. Freut mich, dich zu sehen. Hi Alex. Ja, Hardcast. Es ist schon wieder Mittwoch und wir sind schon wieder drin. Mittwoch? Freust du dich auch immer jedes Mal auf so eine Episode hier? Äh, ein Teil von mir freut sich und der andere denkt sich so, ah fuck, du wolltest noch was vorbereiten. Ähm, ich habe zum Beispiel noch eine Sache gesucht, die ich jetzt eben in meinem Regal hinter mir liegen habe. Das hole ich gleich noch eben raus, wenn wir über diese Fails sprechen, weil das ist jetzt ja die perfekte Überleitung wieder. Ähm, weil heute geht es ja um Hardware-Fails und einen Hardware-Fail habe ich schon tausendmal gezeigt und tausendmal erklärt und heute ist es einmal so weit, dass wir es im Hardcast nochmal zeigen und erklären. Ähm, und die anderen Sachen, da habe ich eigentlich Clips davon, aber du kennst ja auch nur die Clipsokalypse. War das so? Ja, meine sind alle weg gerade. Ja, ja, ich habe, äh, alles gebackupt und ähm, jetzt habe ich mehrere Ordner mit mehreren tausend Clips und ich habe gestern noch ein bisschen reingeschaut, aber ich habe den speziellen Clip nicht gefunden. Aber das ist auch nicht wirklich schlimm, weil das ist keine wirkliche Hardware-Fail, sondern mehr so eine Art Handwerker-Fail. Und ja, ich freue mich da drauf. Ich muss, ich muss dich das jetzt einfach fragen, ähm, Alex, aber was steht da hinten rum? Was ist das? Die Getränke. Ne, 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 andere Seite. Was sind das? Ja, ja, ja. Ist das Werbung? Ich trinke heute Glorietta-Cola-Mix. Aha. Und ja, diese Getränke sind sogar gestellt worden. Also ja, das ist Werbung. Okay, cool. Deshalb, deshalb klebt hier auch an diesem, den man normalerweise in der normalen Szene sieht, dieser, dieser unauffällige Hinweis zur Werbung. Da wollen ja nichts unterschlagen. Ja, ja, ne, ist ja auch richtig so. Schön. Schmeckt das? Äh, ja, ich finde es lecker. Ich finde es lecker. Also es hat, es hat ein sehr, also ich konnte, für meinen Geschmack könnte da mehr Cola drin sein. Hier ist jetzt ein, so wie bei Schwibschwab auch, ne, da könnte für mich jetzt auch ein bisschen mehr Cola sein. So, wir haben, oh, wir haben früher so ein Gartenfest gehabt, so, also so, so, so ein Straßenfest und wenn die, also dann, dann hat man sich halt so, keine Ahnung, so als Kind Cola trinken, das war ja immer so, ha, weiß ich nicht, darf ich noch eine so, ne? Und dann hast du dir so 90 Prozent Cola reingemacht und so, 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 schaumäßig so ein bisschen Fanta nach oben drauf gekippt, so, oder? Ja, so, so mag ich das eigentlich am liebsten. Ich kann nachmittags keinen Koffein mehr trinken. Ich kann nachts nicht schlafen. Ich werde nicht müde. Ich schlafe nicht eigentlich. Bis vier bin ich helle wach. Ich kann nur vor, so, vor 14 Uhr, dann nachts Feierabend. Ich kann auch noch einen schwarzen Tee nachts trinken, aber wenn ich zu spät noch irgendwie so heftige Sachen esse, dann, dann, dann ist mein Körper so der Meinung so, oh, der hat mich gefüttert, jetzt geht's richtig los. Und dann fährt er so richtig hoch und denkt sich so, alles klar, jetzt Vollgas. Ja, nicht so cool. Ja, das, äh, glaube ich, kennen wir alle dieses Problem. Die einen mehr, die anderen weniger. Wollte ich gerade sagen, die einen mehr, die anderen weniger. Wir waren so die Woche bei dir. Zähl mal. Ehrlich gesagt war die Woche wieder mal sehr schnell vorbei, ne? Da gab's ja auch diesen Feiertag, total überraschend jedes Jahr, ne? Ist bei dir auch so, ja? Es geht. Also ich hab ja genug Leute, die mich dran erinnern und ich schreibe solche Sachen dann auch immer in meinen Titel, damit ich dann darüber meine, also meine Informationspflicht quasi erfülle und, ne, dass andere Leute das auch verstehen, dass wir ja einen Feiertag haben. Und das, und eigentlich klappt das so, ne? Nee, ich bin völlig unempfindlich, was Feiertage angeht. Wenn du halt nichts sagst, dann kannst du ja in, keine Ahnung, irgendwie noch eine Pizza holen oder sowas, ne? Also es gibt ja sehr wenige Feiertage, an denen wirklich alles zu hat, ne? Tendenziell gar keine. Doch, der 24. Ja, der 24. Oder? Also, kommt so ein bisschen auf die Region an. Also wenn du, je weiter du in die größeren Städte kommst, die haben dann auch abends wieder auf, ne? Tagsüber dann ein paar Stunden zu oder so. Ich kenn das noch aus meiner Heimatstadt in Anführungszeichen, da haben die Läden heiligabend eher bis mittags aufgehabt, ne? So die, so Restaurants, Pommesboden und so weiter, je nach Wochentag natürlich. Und haben dann komplett den ganzen Abend zu gehabt. Neujahr ist auch so ein Ding. Ich weiß das gar nicht, du. Ich lebe, ich habe letztens schon festgestellt, ich lebe nicht in, ich lebe da nicht in so einem normalen Leben. Ich weiß noch nicht, wann Feiertage sind. Ich weiß nicht mal, wann Sonntag ist. Weil mir ist das, mir ist das egal, weil wenn du jeden Tag aufstehst und arbeitest, dann entfällt dir das irgendwann. Same. Chat rastet immer komplett aus. Was? Du weißt nicht, dass Feiertag ist? Naja, woher denn? Wenn du sieben Tage das Gleiche machst, dann kriegst du das halt nicht mit. Mhm, mhm, mhm. Also Work-Life-Balance ist schon wichtig, ne? Habe ich in den Griff gekriegt mittlerweile. Sehr, sehr gut sogar. Stimmt, aber haben wir uns sogar unterhalten. Ja, aber von was ist, weiß ich auch nicht. Dann trotzdem. Aber es spielt ja auch keine Rolle. Ist ja, wenn man damit glücklich ist, ist das ja in Ordnung. Ganz klar, ganz klar. Ne, aber ansonsten hat sich hier im Hintergrund nichts geändert, du. Das ist immer noch derselbe Chaos-Hoffverein wie vorher halt auch, ne? Ich finde das Paket schön da an der Ecke. Äh, in dem Paket kamen diese Getränke. Ah, okay. Hast du noch nicht weggeräumt worden? Es kam, glaube ich, gestern an. Heute steht es noch da, oder was? Ich habe da drei Flaschen rausgenommen, vier, habe zwei davon schon leer und jetzt, ne? Es steht da gut. Da steht es nicht im Weg. Das stimmt. Vor allen Dingen hat es auch einen eigenen Stuhl, das finde ich auch schön. Mhm, ja. Hat nicht jeder hier. Wenn Besuch kommt, ist immer so eine Frage. Wo sitze ich eigentlich? Ja, da nicht. Ganz klar. Das ist immer so die Frage, ne? Ah, soll ich mich als Besuch jetzt auf die Couch setzen, oder sieht das ein bisschen komisch aus? Ja, ja. Das geht mir auch immer so. Ich weiß auch immer nicht, ob man sich direkt auf die Couch setzen kann beim Besuch, wenn man jemanden besucht. Ist genau so die Schuhe ausziehen. An welcher Stelle muss man Schuhe ausziehen? Da geht es schon los. Da ist schon kurz, wenn du jemanden nicht kennst, hast du schon eine Schnappatmung. Wo muss ich Schuhe ausziehen? Ja, aber da kannst du ja vorher fragen. Das ist also, wenn jemand, also wenn ein Besuch hier hinkommt, wenn die das erste Mal da sind, gefühlt wird immer gefragt, Schuhe aus oder an. Ne? Und wenn man ein paar, also ich habe hier ein paar Kett liegen, ne? Da. Und dann ist immer so die Frage, Schuhe an oder aus? Und das, ne? Also, geht. Ganz easy. Wie viele Hardware-Fails hast du denn zusammengekriegt? Ich habe ein paar Sachen aufgeschrieben, so... Also es sind nur vier Sachen, ehrlich gesagt. Aber ich glaube, da kann man relativ viel drüber quatschen. Weil ich wollte jetzt auch nicht so sehr ins Detail gehen. Weißt du, ich habe natürlich auch schon mal eine CPU hochgejagt. Echt? Ja, aber das ist halt, das war vor 20 Jahren. So, das war halt so ein Restposten, den wir wegschmeißen wollten. Also wir, mein Onkel und ich. Ja. Und der war so in meiner Familie so der Treiber, was so die Hardware so anging, ne? Und ich weiß nicht mal, ich könnte nicht mal sagen, was es gewesen ist. Es ist ein 4,86, ein 5,86, irgendwie sowas. Also eine von den ersten Generationen, die auch wirklich eine aktive Kühlung brauchten und so weiter. Und er hat halt gesagt so, ja, guck mal hier, wenn wir jetzt den Lüfter abnehmen und machen das Ding an, dann brennt der durch. Und ich so, ja, du hast ja nicht mehr alle. Er macht das Ding an und dann hat es keine fünf Sekunden, keine zwei Sekunden gedauert. So, macht es so total unspektakulär. Ganz ein bisschen Rauch und er so, jetzt ist es kaputt. Ich so, ja, toll. So, halt. Schön. So was muss ich ja hier nicht mit reinnehmen. Ne, das ist richtig. Ich habe, ich muss dazu sagen, ich habe so Hardware, Hardware-Kombination Windows-Dinger habe ich zwei parat, die super witzig sind, finde ich. Oh ja, da sagst du gerade, ich schreibe gerade noch was Neues dazu. Aha. Soll ich denn mal anfangen mit meinem, mit dem größten Desaster? Also, ich habe ja vor, ich glaube, drei Jahren oder vier Jahren so dieses Projekt eigenes Gehäuse bauen mal gehabt. Ja, ich habe es gesehen, sah schön aus. Ja, ich habe mir ja super viel Gedanken gemacht mit einem Mod von mir, der Ray, schöne Grüße, dass du dir da so viel Zeit genommen hast. Und ich habe eine Sache überhaupt nicht bedacht beim Zusammenbauen. Was macht man mit PCI-Express-Karten, wenn man die mit nochmal nachrüsten möchte? Und ich war so schlau, ich habe meinen Wasserkreislauf über beide Mainboards direkt über die PCI-Karten laufen lassen. Direkt. Also wirklich direkt. Ich musste jedes Mal, ja, genau so ungefähr, ich musste jedes Mal, wenn ich eine PCI-Express-Karte tauschen wollte, beide Kreisläufe leeren und das abbauen. Und ich habe so gekotzt, dass ich den irgendwann nach dem zweiten oder dritten Mal, nachdem ich eine PCI-Express-Karte umsetzen musste, habe ich keinen Bock mehr gehabt und habe das Ding auseinandergebaut. Verständlich, ja. Ich habe, pass auf, ich habe mir, das war so der, das war das i-Tüpfelchen. Ich habe mir eine neue Capture-Karte bestellt, die große hier von Maitreel, super happy gewesen. Ich so, geil, hast du die gekauft, richtig gehypt, Blackbeard, unter dem Tisch vorgezogen. Und dann so, Alter, nee. Nee, habe ich gar keinen Bock drauf. 40 Grad, keine Klimaanlage in der Bude. Ich so, nee. Nee. Er hat wirklich zwei Wasserflaschen später Wasser rausgelassen, alles auseinandergebaut und die Karte reingesetzt, Wasser wieder reinlaufen lassen. Und dann habe ich gesagt, nö. Dann habe ich wirklich, habe ich Blackbeard komplett auseinandergebaut, habe das in einzelne Gehäuse reingesetzt und war dreimal glücklicher. Es war ein super schönes Projekt und das sah super toll aus, aber für mich überhaupt gar keine Funktionalität. Das war der größte Handbefehl, den ich in all den Jahren fabriziert habe. Okay, kurze Frage. Ja. Also du hast quasi deinen Kühlwasserkreislauf einfach nur falsch verlegt, weil du, wie das so ist, ne? Man steht am Start und denkt sich so, was soll jetzt Schlimmes passieren und dann hast du kein Sprit dabei, so, ne? Ja. Also genau so eine Situation war es. Wäre das nicht cool gewesen, den Kühlwasserkreislauf nochmal anders zu ruten, also andersrum zu legen? Ja. Wäre gegangen, aber ich habe meine, äh, meine Dings, meine Band, ich habe keine Bandings gemacht. Und weil ich, äh, keine Bandings gemacht habe, habe ich halt zu wenig, äh, ähm, äh, äh, zu wenig Dings bestellt. Ähm, Acryl. Also hier die, äh, die, äh, die Tubes halt. Die Tubes, genau, die Tubes habe ich zu wenig bestellt. Und irgendwann hatte ich keinen Bock mehr, weil das Ding so exorbitant teuer war. Also wirklich exorbitant teuer, dass ich gesagt habe, ey, nee, sorry, ich gebe auf. Ich gebe mich geschlagen. Es war ein nettes Experiment, aber das ist nichts für mich. Weißt du noch, was sich das ganze Projekt so gekostet hat mit Hardware und allem drum und dran, so grob? Also so wie Blackbeard da gestanden hat, äh, glaube ich, waren das 14.000 Euro. Okay. Man muss aber auch dazu sagen, dass schon alleine nur der Arbeitsspeicher da drin 1.400 Euro kostet. Also zu der Zeit war der Arbeitsspeicher teuer, also es war teuer. Also da war ja schon Wasserkühlungszeug, die vier Radiatoren, die ich hatte. Ich hatte ja 48er Radies drinne, in der Dicke, davon hatte ich vier Stück. Also da war, da war richtig Alarm drinne. Und dann hatte ich ja das Problem, äh, ich hatte irgendwie, das habe ich heute übrigens auch noch, ich habe ein Netzteil, was ein bisschen Überspannung beim Anmachen erzeugt. Mhm. Und das Ding ist halt, meine, äh, meine USV federt das jetzt ab, aber das ging so weit, dass das mir in Berlin die Sicherung rausgefeuert hat. Und das Ding hat mir ungelogen drei Pumpen gegrillt. Drei. Und ich habe es nie rausgefunden. Bis ich es dann jetzt mal rausgefunden habe, warum das kommt. Weil ein Netzteil erzeugt kurz, nur für einen Moment beim Start, äh, Überspannung. Es gab so viele Probleme und ich hatte irgendwann einfach gar keinen Bock mehr, die zu lösen. Weil das einfach, es war schön, ich hatte das, äh, anderthalb Jahre habe ich den am Laufen gehabt. Und meine Fresse waren die Sachen alle kalt da drinnen. Also so, dafür, dass die so hart übertaktet waren, war das wirklich kalt. Und man braucht unterm Tisch auch keine, äh, man brauchte ja unterm Tisch auch keine, äh, Klimaanlage mehr. Weil wenn die 48 Lüfter da einmal richtig hoch gerammt haben, dann kam da aber wirklich auch eine Windböe unter dem Tisch. Und es, man hat gefroren an den Füßen. Das war krass. Ah ja. Also das war wirklich krass. Also die Sache mit den, mit den Netzteilen, ähm, wenn man da so gar keinen Bezug zu hat, äh, und auch das Thema Einschaltspannung so gar nicht auf dem Schirm hat, dann kriegt man das mit, wenn man irgendwann seine Computer, früher hast du ja alles an Mehrfachsteckdosen angeschlossen und zack, das läuft einfach, ne, am Permanentsaft. Und irgendwann wirst du ja ein bisschen schlauer und denkst dir so, ah, Mehrfachsteckdosen mit Kippschalter, dass du die ein- und ausschalten kannst. Und wenn du dann einen kompletten Computer, am besten zwei Computer, drei Monitore, bla, 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 alles an einen Schalter machst und machst das an, dann fliegt gerne mal die Sicherung raus, so, ne? Ja. Und spätestens dann kriegt man das so ein bisschen auf dem Schirm, so, äh, dieses, ah, ja, Einschaltspannung ist für einen kurzen Moment sehr, sehr hoch oder schon extrem hoch. Und ja, das kann man abfedern, aber, hm, naja. Deswegen hab ich mir irgendwann, äh, diese Steckdosen-Neiße gekauft, wo es acht Schalter gibt, die du separat immer hochkippen kannst, weil ich dann erst einen Rechner anmache, kurz warte, bis alle Monitore wieder aus sind, den zweiten. Und irgendwann hab ich auf die Scheiß auch keinen Bock mehr gehabt und hab mir die USV da hingestellt, um die Überspannung einfach abzufedern, weil mir das auf den Sack ging, immer zu warten, bis der Schalter an ist. Das ging mir halt. Verstehe ich, verstehe ich. Ja. Meine letzte USV hatte ich an dem Computer, haben wir letztes Mal drüber gesprochen, der bei mir auf dem Gästeklo stand. Ja. Mein alter PC, mein Gaming-PC. So, da hatte ich auch noch eine USV, aber das hatte auch noch ein bisschen andere Gründe, also, das spielt jetzt auch keine Rolle. Ähm, ja, krass, also, Thema, ein 14.000-Euro-Projekt für, für nur, in Anführungszeichen, ein, ein, ja, eigenes Gehäuse, in Anführungszeichen, ein bisschen auch in den Tisch, das war ja, das komplette Ding, das war ja der komplette Tisch dann, ne? Ja. Uff. Das, äh, war nicht ganz wenig. Okay, ich fang mit einer Kleinigkeit an, okay? Okay. Und es ist nicht mal mein eigenes. Ähm, Kollege ruft mich an, Kollege ruft mich an, kurz vor seiner, was man bei der Uni halt so für wichtige Prüfungen halt irgendwie hat, ne? Also, es war kein Bachelor oder so, aber das war so kurz vor seinem Abschluss halt, ne? Alex, Hilfe, 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 der Computer fährt nicht mehr hoch, ich brauch den unbedingt, da ist alles drauf, ich hab, ich hab mal, ich hab jetzt in dreiviertel Jahren irgendwas gearbeitet und geschrieben und es geht nicht mehr. So, und das ist halt schon ein paar Jahre her, ne? Also, da waren noch IDE-Anschlüsse, äh, Standard und Molex und wie hast du nicht gesehen? Ich so, ja, kann eigentlich nicht, also, klar, kann passieren, dass ein Computer von heute auf morgen nicht mehr geht, aber was hast du denn damit gemacht? Nö, gar nichts, gar nichts, gar nichts. So, und dann bin ich, äh, hab ich, mein, ist ja ein guter Kumpel von mir, bin ich da halt hingefahren, hab anderthalb Stunden Fahrt, hab ich im Auto gesessen, um zu ihm zu fahren, macht man halt, ne? Am Telefon konnten wir nichts regeln, der hat dann nur gesagt, ja, Bios, irgendwas, ich sag, ja, drück mal dies, das, jenes, und sagt er, ja, dann kommt das und das, aber, aber wir kamen halt nicht weiter. So, ich hingefahren, anderthalb Stunden, mach den, ich stehe vor dem Computer und er so, ja, vielleicht war gestern hier eine kleine Party und vielleicht ist der Computer einmal umgefallen. Ich so, alles klar, hättest du mir das nicht vorher sagen können? Okay, weiter, ja. Da hatte ich, da hatte ich schon das erste Mal so, so, so ein bisschen ist mir was aus dem Gesicht gefallen. So, und dann hatte ich einen Schraubendreher dabei, also mein Werkzeug halt, ne, macht das Gehäuse auf, so ganz altes, also super alte Kiste halt, ne, ich glaub, das war noch ein viel, also auch ein ganz, 85, 86, irgendwie so war das ganz ältere Nummer. Und sehe schon, dass einfach nur der, der Stecker von der Festplatte einfach nur durch das Umfallen muss, war der halt, weißt du, die Stecker sind ja so breite Stecker gewesen und die stecken einfach so komplett da so drauf, ne, also quasi so tschk. Und der hing jetzt einfach so, so auf halb acht da runter, weil der einfach nicht fest war, ne, und ich hab einfach nichts gemacht, als mit diesem scheiß kleinen Finger, weil mit was anderes kam ich da nicht dran, wenn da so wieder raufzustecken, Computer läuft. Es ist nichts kaputt gegangen, äh, wir hatten auch dann keine Zeit, ich hab mich dann wieder ins Auto gesetzt, bin, bin anderthalb Stunden wieder nach Hause gefahren und dachte so, ja, schön, dass ich dir helfen konnte, du Arsch, so, weißt du, ja. Aber macht, macht man ja gerne. Ja, na klar, für seine Kumpels. Man hat dann immer ein Gut, wenn man's wirklich mal braucht. Ja, zum Beispiel. So, so handhabe ich das auch, es ist immer, äh, pro bono. Irgendwann, irgendwann brauchst du irgendwen immer mal. Mhm, mhm, mhm. Und dann weißt du ganz genau, ey, für die anderthalb Stunden hat sich's gelohnt, weil wenn die Kacke richtig am Dampfen ist, dann kannst du sagen, ey, Manga, ich würd gern den einen noch einfordern. Und dann diskutieren die aber auch nicht rum. Das mach ich super häufig. Also, wenn ich durchs Telefon gehe, hab ich ganz viele Gefallen, die ich immer einfordern kann. Ich schulde dir noch gar keinen Gefallen, oder? Nee, ne? Du mir? Nicht wirklich. Nee. Wofür? Ah, ich hab jetzt einen bei dir gut. Ah, verstehe. Für letztes Mal. Ja, genau. Deswegen, so, so handhabe ich das immer. Es ist immer pro bono. Okay, und weil das jetzt so eine Kleinigkeit war, ich hol direkt noch die zweite Kleinigkeit eben raus. Ich hätte zur IDE auch noch eine gehabt. Ja, bitte, hau raus. Ähm, ich hab damals meinen allerersten Computer, äh, da war ein AMD Adlon 13, 33 drin oder sowas. Und ne, äh, ach Gott, ne 9600 Ti AMD. Dein allererster Computer. Ja, das war mein allererster, ja. Also, mein allererster eigener, eigener, eigener. Okay, okay, okay. Und, ähm, ich hab damals schon so die 40 Gigabyte Platten gehabt. Das war der Shit damals, ne? Also, da warst du wirklich King Dingeling mit 40 Gigabyte. Also, da hast du wirklich auf der Laden so eine Eier gehabt. Da warst du wirklich, da warst der König. Und ich hatte mir ne neue bestellt. Und hab aber bei den IDE-Kabeln nicht den oberen Stecker genommen, sondern den unteren. Und es war, damals musstest du ja noch Master und Slave machen. Und die war Master und war aber an dem unteren Stecker dran und nicht an den oberen. Am oberen war nichts. Ey, die Platte ist ungelogen viermal reklamiert worden, weil die immer angefangen hat. Kennst du dieses Klicken noch? Dass die nicht mehr richtig gelesen wird? Mhm, mhm. Und das Ding hat die Platte immer am Arsch gemacht und die klickte dann immer. Wie geht das denn? Ich frag mich nicht. Master Slave ist ja nur ne Zuordnungsgeschichte. Also, das hat ja keine physischen Unterschiede. Und es ist ja nur, Master Slave sagt ja nur, ich bin, ich hab den Interrupt 1 oder die Adresse 1 und du hast die Adresse 2, ne? Ja. Aber durch das Kabel hat sich rausgestellt, dass das Kabel ständig die Platte zersicht hat. Und ich zu Laden gefahren, das funktioniert irgendwie, ein Wochenende nach Hause. Und ich hab früher ohne Scheiß, ich hab meine Rechner getragen wie fucking Eier. Also wirklich, der war so hart eingewickelt, obwohl es eigentlich scheißegal ist, weil davon wäre es nicht kaputt gegangen. Und dann komm ich zu Hause an, funktioniere die Platte nicht. Und ich gerade das ganze Wochenende wieder schön Pornos runtergeladen von den Kumpels, fuck Platte im Arsch, musste einschicken. Und die klickert wieder und läuft nicht vernünftig, weil es dann ging erst mal so, bumm, und dann fuhr sie wieder hoch. Und dann hab ich nach der vierten Platte, Alex, hab ich einfach das obere Kabel genommen und hab das da reingesteckt. Und es ging danach nie wieder kaputt. Ich habe ungelogen, ich hab viermal diese Scheiße eingeschickt. Hab ich noch nie von gehört, dass da auch Defekte bei auftreten können. Und krass, krass. Ich kenn das halt auch nur mit Master Slave, weißt du, alles eingebaut. Und normalerweise, du machst das ja, wenn du einen Computer baust, auch heute noch, ne? Du probierst erstmal alles aus, legst alles erstmal so locker rein und schraubst noch nichts fest, ne? Baust einen kompletten Computer zusammen und damals halt noch so diese richtig Industriequalität mit dicken, fetten Blechen und schraubst alles rein und klick, klick, klick. Und du kommst ja an diese Master Slave-Stecker gar nicht richtig dran von hinten oder so, ne? Ja. Und alles war drin und es fährt halt nicht hoch und du musst alles wieder auseinander bauen. Also alles in Anführungszeichen, ne? Ja, schon echt blöd. Lüfter raufmachen mit dem Schraubenzieher reindrücken, weil der Lüfter sonst nicht runtergeht und du mit voller Gewalt am Drücken bist, dass die Standard-Lüfter unten auf diese Nasen dran gehen. Und dann abrutschen. Aber das war nicht mein Fehl. Oh, ich bin auch beim Einbau von diversen Kühlern und also auf dem Mainboard, CPU-Kühler, ne? Machst du halt mit dem Schraubendreher oder mit so einem ganz normalen, mit so einem Schlitz, ne? Drück, 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 abrutschen, zack und erstmal so richtig über das Mainboard. So, krr, 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 krr. Das ist öfter mal passiert. Also damals, früher, ne? Das ist öfter, aber... Also ich hab vor ein paar Jahren, hab ich mir mal ein Ringlicht bestellt. Das ist im Stream gewesen. Das ist im Stream angekommen. Haben wir ausgepackt, ich leg das, da gibt's auch einen Clip von, ne? Ich pack das aus, denk so, oh cool, neues Ringlicht, ja, probieren wir gleich mal aus. Leg das hier auf meinen Schreibtisch, geh unter, wollte gerade unter den Tisch, komm da irgendwie mit meinem Arsch dran oder was auch immer. Das Ding fällt auf den Boden, klack, direkt kaputt. Direkt, direkt beim Auspacken. Es war nicht Dead on Arrival, ich hab es nicht zurückgeschickt, ich hab's immer noch hier, ich kann's zeigen, als Beweis. Ähm, aber ja, das war eine der wenigen Sachen, die direkt beim Auspacken kaputt gegangen sind. Das ist echt bitter. Jaja, der Chat dann auch sofort, ja, musst du zurückschicken, das merken die bei Amazon eh nicht. Darum geht's gar nicht. Wir alle wissen doch, dass ich das jetzt kaputt gemacht hab. Soll ich jetzt Amazon bescheißen? So deshalb, also... Vor allen Dingen, du machst das live auf dem Stream und da gucken dir, weißt du nicht, hunderte Menschen zu und du schick ich einfach wieder zurück. Fast, ja, egal. Würde ich auch nicht machen. Hast du schon mal, hast du schon mal, ähm, boah, okay, ähm, andere Kleinigkeit. Hm. Ich denk so, ah, diese neue Maus, die ich hier habe, ist auch schon ein paar Jahre her, hatte ich mit YouTube nichts zu tun, ne? Diese neue Maus, die ich hab, die ist ja schon, also die sieht ja schon cool aus und ich kann die auch toll einstellen und alles, ne? Aber irgendwie rutscht die nicht so gut übers Mauspad. Ich weiß nicht, muss ich mir ein neues Mauspad kaufen? Nach zwei Monaten guck ich unter die Maus und denke so, ja, oder man zieht einfach mal die Schutzfolie von den Gleitepads. Hahaha, das ist ja auch geil. Oh, das war mir so unangenehm, das hat auch keiner gemerkt, ne? Also ich mein... Wie denn? Ja, wie denn auch so, oder? Ich dachte echt so, also am Anfang hab ich gesagt so, oh, cooles Feature, dass die nicht so stark rutscht so und dann dachte ich so, Moment mal, Gleitpads, die sollen ja gut rutschen so, ne? Ja, und das war auch zu einer Zeit, wo die Mäuse noch ein gewisses Gewicht hatten, wo man noch Gewicht in die Mäuse reingelegt hat, man erinnert sich, heute ist ja genau das Gegenteil. Ne, gibt's heute auch noch. Ja, die gibt's heute auch noch, aber der Trend geht eher dazu, dass so gerade aus dem E-Sport sehr viele Leute eher so diese extrem leichten Mäuse halt bevorzugen, damit halt eben möglichst gar keine Verzögerung durchs Bewegen halt stattfindet, ne? Und ich muss auch sagen, dass ich die, ja, schöne Maus, ich muss auch sagen, dass ich diese extrem leichten Mäuse sehr, sehr feiere. Also ich hab jetzt so einen 66-Gramm-Kollegen hier und das ist schon Hammer, das ist schon wirklich Hammer und es gibt noch leichtere. Ich brauch immer so einen halben Amboss auf dem Tisch, sonst bin ich nicht glücklich, sonst fühlt sich das immer so nach keiner Arbeit an. Weißt du, wie ich mein? Mhm. Jetzt krieg ich den scheiß Deckel nicht mehr drauf. Also ich muss halt immer gut, gut arbeiten. Mann jetzt, wieso krieg ich den Deckel jetzt nicht mehr drauf hier? Oh, Alex, ich hab's kaputt. Das kann ich dir nicht sagen. Ähm, kurz ein bisschen Werbung von einem meiner Partner, von Rocket. David, ich hab hier so ne, ich hab hier so ne Wireless-Maus, die wiegt halt keine 80 Gramm. Wenn du die in die Hand nimmst, das ist ne Wireless-Maus. Du denkst halt wirklich... Danke an euch alle. Für euren Support oder Unterstützung oder sowas. In diesem Sinne sag ich jetzt, ich bin weg. Schießt aus. Ja, gibt's auch von anderen Anbietern. Ja, es gibt auch von Logitech eben dieses Powerplay, dass man halt eben induktionsmäßig das immer lädt und so, ne? Ja. Aber das ist halt ne reine Wireless-Geschichte und ich find das wirklich, wirklich krass. Weil man halt eben noch das von früher noch so komplett andersrum so kennt, ne? Und ja, ich habe die Folie abgezogen. Oh, mit Folie ist mir noch was passiert. Ich baue einen Computer zusammen. Alles cool. Und ich denke so, ja, ist ne neue CPU, ne? Die können ja schon mal ein bisschen wärmer sein als der Vorgänger. Ja, läuft alles, ne? Alles gemacht. Also Computer zusammengebaut, Gehäuse zugemacht, Lüfter, so ist ja auch schon ein paar Jahre her. War auch vor der YouTube-Zeit oder so, gerade so am Anfang von der YouTube-Zeit irgendwie, ne? So das letzte Upgrade davor oder dabei. Und wie das halt so ist, irgendwas hat nicht gepasst und irgendwas fühlte sich immer irgendwie so ein bisschen komisch an. Ein bisschen zu heiß, die CPU, ne? Ich habe wirklich einen Monat lang unter einem Kühler, ist ja manchmal keine Wärmeleitpaste drunter, sondern einfach nur eine Schutzfolie drunter, ne? Die war halt drauf. Die Schutzfolie? Ja. Die war geschmolzen, oder? Die war, das krasse war, die war nicht geschmolzen, die hat diese Temperatur wirklich ausgehalten. Die war nicht verschmuggelt, die war, man hat das gesehen, dass die Hitze ausgesetzt war, ne? Vom Abziehen, aber die war, die war komplett intakt, also der hat trotz dieser Schutzfolie, hat der gekühlt. Und als ich die dann abgemacht habe, hatte ich direkt 15 Grad bessere Temperaturen. 15, das ist nicht viel. Doch, das ist viel. Ich hätte damit gerechnet, dass wir die... Ja, je nach CPU, je nach CPU. Das war mir so unangenehm. Ich pack das so aus und ich denke so... Und ich hab das so in der Hand, da ist Wärmeleitpaste dran, ich mach das so ab und ich so... Warum ist denn hier noch eine Folie? Weißt du, auch so zu meinem Zusammenbauen... Weißt du, wie das so ist? Du bist ja voll fokussiert und machst so Dinge und eigentlich macht man das auch immer ab. Und naja, wie das halt so ist, war mir sehr unangenehm. Okay, ich muss dich das fragen, aber den 4-Pin-CPU, also der 12-Volt-Rail oben, schon mal vergessen? Äh... Ja. Ähm... Ich hatte da die Information auch bei einem System von Asus damals, bei dem Intel 10-Kerner, dass man den 8-Pin-Rail... Ne, jetzt vertue ich mich, glaube ich. Es gibt ja noch einen zusätzlichen 4-Pin, richtig? Genau. Es gibt einmal 8 und einmal 4. Richtig, genau. Und diesen zusätzlichen 4-Pin, den hatte ich damals... Da hatte ich nicht den richtigen Adapter dafür, der war nicht bei der Mainboard mit dabei. Und da hatten mir dann Mitarbeiter von Asus gesagt, den brauchst du nur fürs Overclock. Ja. Nur für extreme Geschichten. Aber den anderen, den brauchst du. Ja, natürlich, klar. Ja. Aber du hast ihn vergessen. Ich meine, allererste... Weiß ich noch... Ich weiß gar nicht, war das schon immer ein 8er? Ja, ne? Es war ein 8er. Ja. Und dann kommt der... Also das erste Mainboard damals gewesen und dann der 8er und dann auch ein Asus-Board und daneben noch ein 4er. Und ich hab's zusammengebaut und dann fehlte oben der 4er. Und ich an meinem Netz teilgekriege so, da ist nix. Da fuck, wo ist... Wo kommt der her? Was ist das? Und ich natürlich dann in dem Moment... Na ja, Google war da noch nicht so gängig... Also es war nicht gängig dieses, was das ist, ne? Weil war frisch auf dem Markt. Und ich sitze da wirklich ungelogen anderthalb Stunden und überlege die ganze Zeit, wie kriege ich da diesen 4-Pin ran? Also was ist das? Was macht das? Gemacht, getan, geguckt, raus, rein, Netzteile geguckt, gegoogelt nach Netzteilen, ob die das haben. Und ich blätter dann irgendwann durch Bedienungsanleitung, weil das hat man früher gemacht. Da brauchte man das noch. Und dann guck ich so und dann stand das nach anderthalb Stunden wirklich extremen Suchen. Nach der falschen Sache hab ich dann in die Bedienungsanleitung geguckt und da steht auch explizit drin, dass das für extremes Overclock ist. Und ich saß bei meinem Computer und hab mir so dermaßen an die Stirn geklatscht, dass hinten die Gehirnflüssigkeit aus den Poren rausgekommen ist. Oh, hab ich lange gesucht. Ich habe so lange gesucht. Du kannst dir das nicht vorstellen, Alex. Ich war so wütend. Ich hab gewühlt und gemacht. Und scheiße, warum machst du das falsche Netzteil? Und dies, das, anerdas. Und es war nachher gar nicht wichtig, den da zu bauen. Irgendwann kam mein Mod dann auf mich zu und sagte dann, als ich ihm das erklärt hab, ja, hättest du doch einfach fragen können. Hättest du dir schon sagen können. Das wusste ich schon. Ich so, nee, das ist nicht mein Ernst. Stromanschluss, Mainboard-Stecker. Ist ja oft auch, also damals waren die immer modular, heute weiß ich gar nicht mehr, ne? Ja. Dass du den so, hast du den schon mal, also, hast du den schon mal reingeprügelt? Falschrum? Ja? Ja, hab ich. Hab ich auch. Denkst du, das war doch gerade da noch so dringend. Das musst du doch dringend. Und diese Plastikdinger, die geben irgendwann nach. Da sind auch Weichmacher drin und sowas, ne? Ja. Du kriegst die da rein mit aller Macht, aber solltest du nicht tun. Die sind dann ein bisschen anders belegt. Das finden PCs nicht so schön. Ja, das hab ich dann glücklicherweise noch früh genug gecheckt und hab ihn dann umgedreht. Vor dem Einschalten hab ich's auch gemerkt. Aber, ich sag mal so, also der Anschluss war ein bisschen ausgenudelt. Jungs. Oh boy. Jungs, dieses Jahr am Anfang, pass auf, Alex, das ist auf jeden Fall, das ist der größte Bullshit, den ich je miterlebt habe. So, ich bin ja, hab ja, mein Stream-PC, da mach ich ja nix dran, ne? Den installier ich einmal, da wird alles eingerichtet und ich mach da keine Experimente. Keine Sonderprogramme, gar nix, nur das, was er machen soll. So. Und der lief fünf Jahre durch. Da sind Windows-Updates aus gewesen, ne, Windows-Updates waren an, aber alles andere war aus. Also, nur wenn ich das wollte und ich hab auch nix installiert. Und der hat fünf Jahre lang, hat der funktioniert. Einwandfrei. Ohne Probleme, seitdem der Ripper da drin ist, ja? So, und dann mach ich eines Tages, denk ich mir so, dummdi-dummdi-du, geil, gehst du mal in deinen Stream, so, alles cool, gute Laune, yeah! Drück auf das Power-Ding und Windows fährt nicht mehr hoch. Tot. Nichts. Gar nichts. Blank. So. Ich dann probiert mit diesem Recovery-Shit, weil ich konnte zu dem Zeitpunkt, bin ich richtig ins Schwitzen gekommen, weil ich meine Szenen nicht gebackupt habe. Das ist übrigens auch so ne Sache, da muss man ne Cloud her für, by the way. Ähm. Also, nicht unabhängig von Streamlabs OBS, weil die haben ne Cloud, da ist das drinne, aber, äh, also hier bei Dings oder ne Möglichkeit das zu clouden. Auf jeden Fall ist da nicht mehr reingekommen. Ich komplett angefangen zu schwitzen, weil ich in meinem OBS einfach 30 Szenen drinne habe und da sehr, sehr viel eingestellt ist. Ging nicht. Gar nichts. Kein Recovery hier, keine Systemwiederherstellung. Der ist nicht mal im abgesicherten Modus hochgefahren. Ich mir dann so gedacht, weil mittlerweile, bei mir ist es so, wenn ich in einer halben Stunde das Problem nicht lösen kann, wird die Bude einfach platt gemacht. Also, dazu später dann auch noch mal mehr zu dieser Anekdote, äh, zu einer anderen Anekdote. Und ich dann ausprobiert und gemacht und getan. Und dann kommt, steck ich den Stick rein und ich kann von dem USB-Stick nicht mehr booten. Ich konnte von dem USB-Stick nicht mehr booten. Es ging nicht. Ich konnte kein Windows installieren. Aber ich bin in meinen HackOS, bin ich reingekommen. Das heißt, die HackOS-Platte funktionierte, aber in Windows bin ich nicht reingekommen. Mager. Ist ja noch jemand angerufen. Ich so, Mager, ich kann nicht booten. Alles klar. Wir haben alles probiert. Alles. Gepartet, um Platte schon vorzubereiten. Dann bin ich raufgekommen auf das Ding, aber dann habe ich nicht UEFI gebootet, sondern Legacy-Mode. Ja, UEFI ist jetzt das Neue und Legacy ist das Alte. Genau. Und dann bin ich in Legacy, bin ich reingekommen. Aber in Legacy konntest du die Platte nicht so formatieren, dass du nebenbei noch ein anderes Betriebssystem im Rechner haben kannst. Das geht nicht. Das geht nur in Legacy. Also ich konnte nicht HackOS und Windows gleichzeitig haben und das auch nicht booten. Das funktionierte nicht, weil das dann mit HackOS nicht funktioniert. Dann war Windows drauf. Hat die Jutta nicht richtig funktionieren. Konnte ich wieder nicht hochfahren. Windows war frisch drauf. Komplett frisch. Einmal Restart gemacht. Ging nicht mehr. Und dann habe ich acht Stunden, kein Scheiß, acht Stunden versucht das Problem zu lösen. Bis irgendwann, der Kollege Refunix, schöne Grüße übrigens an dich, bis der irgendwann mal gesagt hat, sag mal, wollen wir vielleicht einfach nur nochmal ein BIOS-Update machen? Und ich so, hä, warum das denn? Die Kiste lief fünf Jahre. Warum soll ich denn da ein BIOS-Update machen? Ist doch total bescheuert. Naja, ich stand so aus völliger Verzweiflung raus, weil es halt einfach wirklich legit gar nicht funktioniert hat. USB-Stick genommen, das neue BIOS da rauf gemacht, den Stick da reingemacht. Neun Stunden später hat Windows wieder funktioniert, nach einem BIOS-Update. Neun fucking Stunden, dass das da unten wieder läuft. Jetzt ist mittlerweile bei mir schon, wenn es ein Problem gibt, gucken, gibt es ein neues BIOS, neues BIOS drauf, gucken, ob das Problem weg ist. Wenn es nicht weg ist, Windows neu installieren. Neun Stunden, Alex. Neun. Und ich habe wirklich legit, und das meine ich auch so, ich habe nichts an diesem Rechner von den einen auf den anderen Tag gemacht. Nichts. Außer aus. An diesem Computer passiert nichts. Der wird nicht angefasst. Da fahren sogar automatisch die Programme hoch, wenn der hochfährt, Alter. Hahaha. Und dann stehst du da wie karlarsch in der Sonne und guckst auf dein Bildschirm und denkst so... Ja. Da fragst du dich halt, woran es dir die Lägen hat. Woran es hat dir die Lägen, ja. Und ich habe es nicht rausgefunden. Das war das BIOS-Update. Danach ging es wieder. Also der Klassiker, du kaufst dir neue Hardware und das Mainboard kennt deine CPU noch nicht und du musst ein Update machen, obwohl du keine CPU hast. Den kennen viele ja auch. Ich hatte das bei einem System, bei dem dann später noch was anderes passiert ist auch. Allerdings hatte der dann schon die Funktion, das war damals noch relativ neu, würde ich sagen, dass man halt das BIOS einfach nur auf einen USB-Stick packen kann, den richtigen Port erwischt. Das musste im richtigen Dateiformat formatiert sein und der musste die richtigen Dateinamen haben. Und dann konnte man das halt beim Hochfahren auslesen und automatisch installieren, ohne dass man mit CPU installiert hatte. Dann blinkte das ein bisschen und wenn es aufhörte, dann war es fertig. Und das hat auch geklappt. Das hat auch geklappt. Aber das war dann halt schon so ein bisschen, das hat einen ein bisschen zurückgeworfen, weil du, ich sag mal so, das war noch ein etwas älteres Gehäuse. Ähm, die Fine Air 4, glaub ich. Äh, genau. Und die Fine Air 4 und da hab ich dann noch so eine 240er Radiator reingeprügelt und der passte dann auch nicht so richtig rein. Die hatten zwar grundsätzlich die Verschraubung dafür, aber das passte nicht. Also das war halt zu alt. Das war nicht für so einen Radiator ausgelegt, sondern für Lüfter. So, und dann hab ich dann wirklich da so mit Gewalt auch alles im Stream, ne, das da so reingeprügelt und das fühlte sich dann echt nicht gut an. Das war auch meine erste Kompaktwasserkühlung. Du weißt ja auch noch nicht so genau, was das Ding so kann und was es nicht so kann. Und naja, aber es hat geklappt. Also am Ende des Tages war es drin und es hat alles funktioniert. Die Kühlung war auch gut, ne, also nicht perfekt, aber auch sehr gut. Ja, und dann willst du die Kiste hochfahren und dann hieß es schon im Vorfeld so, ja, die CPU könnte zu neu sein, musst wahrscheinlich ein BIOS-Update machen. Ja, Digga, ich hab keine zweite 2.000-Euro-CPU hier rumliegen, mit der ich das mal eben updaten kann. Ja, keine Sorge, das Board kann das. Kannst du einfach auf den USB-Stick schieben und dann schnubbeln und dann fährst du den. Oh, da läuft das schon, ne? Ja, am Ende des Tages war es auch so einfach, aber erstmal um da hinzukommen, ne? Das hat ein paar Stunden gedauert. Hab ich... Später ist noch was anderes passiert mit dem Computer. Dazu kommen wir später nochmal, oder wie? Da... Ich schieb das dann gleich so dazwischen. Ich hol das Teil schon mal. Du kannst ja... Was hast du denn noch? Ähm... Ich hab jetzt gerade letztes Wochenende, ähm... Letztes Wochenende hatte ich auch wieder so einen Fall, wo Windows mal wieder zugeschlagen hat. Und, ähm... Ich hab am Freitag bin ich noch gefahren. Also, wir haben uns vorbereitet, äh, auf einen Rennen. 24-Stunden-Rennen. Mhm. Und am Samstag ging der Rechner nicht mehr. ACC funktioniert eben nicht mehr. Es ruckelte einfach nur. Es wurde auch nichts geändert, gar nichts gemacht. Es stellte sich nur raus, es gab zwei Sicherheits-Updates. Und dann lief es nicht mehr. Ich hab wirklich versucht, glaub ich, acht Stunden im Stream das zu fixen. Ich war nervlich komplett am Ende, weil ich das schon wieder überhaupt nicht verstanden habe. Hab mich nächster angesetzt, hab die Bude da platt gemacht. Und, äh... Nächster hochgefahren, ging wieder alles. Also, nachdem Windows neu drauf war. Und du sitzt halt wirklich jedes Mal, ohne Scheiß, jedes Mal, wenn so ein Problem kommt, Windows weg. Also, ich hab das auch mittlerweile so gemacht, dass man einfach nur noch Windows neu installieren muss. Und keinen Hickhack und Steam-Games runterladen. Und auf diese ganzen, weil das auch im Chat steht, äh... Ich hab auch keinen Bock mehr, mir Images von meinem Betriebssystem zu machen. Weil die Scheiß ist genau dieselbe Kacke, weil das dauert vier Stunden, bis die Scheiß wieder hergestellt ist. In der Zeit bin ich schon fünfmal neu installiert. Eben. Ja, also jetzt, wenn du jetzt Windows mit einem USB-Medium installierst, das geht so unfassbar schnell auf eine SSD. Also, das war früher genauso, ne? Du hast halt irgendwelche Fehler gesucht und wie du schon gesagt hast, du hast einen ganzen verdammten Tag drangesessen, konntest das Problem nicht lösen. Und am nächsten Tag denkst du dir, gut, dann machst du halt Windows neu drauf. Stunde läuft, ja? Also, Stunde mit Einstellungen und so weiter, ne? Das geht mittlerweile echt schnell. Richtig schnell. Ja. Ich hab, äh, einmal ein Windows kaputt bekommen. Also, nicht ich, da war ich komplett unschuldig. Die Software... Ne, wirklich. Die Software-Panda-Antivirus. Also, es war eine Antiviren-Software, die war in Deutschland ein bisschen unbekannter. Also, die gab's, ich kannte auch ein paar Leute, die das hier im Chat dann benutzt haben. Und, äh, die sind damit auch international zu, ähm, ja, Ruhm gelangt. Ähm, die haben ein Update ausgefahren und das hat dann Teile des Betriebssystems als böse erkannt. Und das wurde dann einfach direkt gelöscht. Also, da hatte ich eine Antiviren-Software drauf, die meinen Computer von heute auf morgen komplett unbrauchbar gemacht hat. Und da konntest du nichts machen. Du konntest, du konntest nicht mehr... Also, es gab dann wohl so Workarounds oder sowas. Aber ich hab dann auch gedacht, so, was ist hier los? Es fehlten auf einmal so beim Hochfahren, wurden dann halt so, so irgendwelche DLL-Dateien, äh, angezeigt. Und, ne? Dann endete das Ganze in so einem Blue-Screen, der dann halt irgendwie nicht ging. Da hab ich auch nur gedacht, so, was ist das für eine Scheiße? Und das war auch schon zu der YouTube-Zeit, ne? Also, das ist schon nicht ganz so lange her. Und, äh, das Erste, was dann nach der Neuinstallation runtergeflogen ist oder gar nicht mehr draufgekommen ist, war natürlich diese Antiviren-Software. Davor nie Probleme damit gehabt, kein Stress. Und Antiviren-Software können wir jetzt so zu behalten, ob das sinnvoll ist oder nicht. Zu der Zeit fand ich es sinnvoll. Äh, aber das war, das war so mein persönliches Negative-Highlight in dem Bereich. Ich hab, äh, ich hab bis vor sieben oder acht Jahren noch Windows benutzt. Und dann kam einer meiner Mods, Nazi, in mein Leben und meinte so, die beste Antiviren-Software bist einfach du. Wenn du Seiten nicht kennst, besuch die nicht. Wenn du es nicht brauchst, lad es nicht runter. Punkt. Sicher, also bewege dich sicher im Internet, dann brauchst du keine Antiviren-Software. Das Problem ist halt immer, wenn du, du kriegst, du bist so ein bisschen gerade im Halbschlaf und du kriegst irgendwas per Mail oder irgendwo. So, und dann, dann, das ist mir, ist mir einmal passiert. Ein einziges Mal und ein zweites Mal am Handy. Ja, dass man mal versehentlich draufgeklickt hat. Ähm, was man nicht hätte machen sollen. So, und das war nicht, da ist bei mir nichts passiert. Ne, mach ich nicht. Kenn den Link nicht, klicke ich nicht an. Also... Keine Frage, mach ich heutzutage auch nicht mehr. Du kannst solche Sachen machen in der Sandbox. Du kannst solche Sachen machen in der, mit, mit, mit einer gesiehenen Umgebung oder sowas. Ne, aber, äh, aber, ja, ne, passiert, passiert. Ich hatte auch noch nie das Phänomen, auch damals nicht, dass, dass der Computer irgendwie verseucht gewesen ist oder sowas, ne. Also, dass man irgendwie sich Viren eingefangen hat. Habe ich auch noch nicht erlebt. Doch, einmal auf Plan. Einmal, auf einmal auf Plan. Ja, okay, okay, okay. Da ging die Scheiße ja rum wie, äh, wie Schnupfen, ey. Also, ganz früher mit, ich weiß nicht, welches Betriebssystem das war, ob das schon Windows XP war oder noch davor, LAN-Party, da konntest du mit einem Portscanner, äh, einfach mal komplett deine kompletten, deine, 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 deine PCs von den Freunden einmal hoch- und runterscannen. Ja. Dann hast du halt gesehen, der hat eine Dateifreigabe, wir sind hier in einem gleichen Netzwerk, du kannst auf alles zugreifen. Da hat man denen halt, spaßeshalber, wenn du Half-Life gespielt hast, auf die Maustaste den Exit-Befehl gelegt, so, ne. Und der hat sich dann halt erst mal zehn Minuten geärgert, dass er jedes Mal wieder anfangen will zu spielen, dass er wieder aus dem Spiel geworfen wird, so. Okay. So, ja. Und dann bist du halt hingegangen und hast gesagt, so, haha, wir haben dich verarscht, guck mal hier. Ja. Außer wir mochten die Person nicht, dann haben wir das nicht gesagt. Oh. Und mit dem, äh, zu den, zu den, zu den Zeiten, als es vorher noch keine Router gab, wenn sich Leute so mit, mit dem Modem eingewählt haben, da konntest du quasi mit dem Portscanner, also das hat man natürlich nicht gemacht, aber man konnte natürlich den Portscanner auch, äh, extern benutzen und, äh, dann auf Geräte von außen zugreifen, weil es einfach, keine Hürde gab, so, es gab keinen, es gab keinen, keine wirklichen Schutz und zu der Zeit wäre so eine Sache wie eine Antiviren-Software oder eine Malware-Software, wäre wirklich gut gewesen, ne. Aber zu der Zeit konntest du, in Anführungszeichen, problemlos, wenn die Systeme nicht sicher waren oder wenn die nicht abgesichert wurden, äh, auch mal auf einem völlig fremden Drucker Sachen ausdrucken oder, ähm, auf die Festplatten komplett zugreifen, übers Internet. Also, das finde ich gut, dass es heute deutlich schwerer geworden ist, sowas zu machen. Ja. Nicht, dass wir das jemals gemacht hätten, weil das wäre ja, ne, wäre ja wahrscheinlich strafbar. Das wäre nicht gut, ne. Ja. Das wäre überhaupt nicht gut. Ne, aber auch, wenn, 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 wenn irgendjemand mit solchen Hardware-Problemen hinkommt oder mit solchen Computer-Problemen kommt, die du nicht deuten kannst oder wo du dann gar nicht checkst, was das denn irgendwie ist, das, was du gerade gesagt hast, Windows platt machen und wenn dann einer sagt so, ja, ich habe mir nichts gesichert, sein Problem, das ist das Problem dieser Person. Du kannst ja nur sagen, ähm, wenn du, wenn du, also Passwortmanager, ob man die jetzt gut oder schlecht findet, ne, aber du kannst, du musst dir deine Passwörter irgendwie sichern, egal wie du das machst. So, du, 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 du musst Backups machen, ne, die Backups sind wichtig, wenn du es nicht machst, kann ich dir auch nicht helfen. Es kann immer mal sein, dass ein Datenträger ausfällt, es kann immer mal sein, dass, dass du dein Betriebssystem einmal aus unvorgesehenen Gründen platt machen musst oder dass du Fehler hast, die du nicht beheben kannst und ja, natürlich kann man Festplatten einfach in ein anderes System reinhängen und da wieder auslesen und kopieren. Und das macht man natürlich auch, wenn man da helfen kann, ne, aber, aber, äh, aber unterm Strich, wenn, wenn einer da irgendwie, keine Ahnung, ich will jetzt nicht über das Wort Spielstände sprechen oder, 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 oder Steuererklärung oder so, aber, das ist, das ist nicht mein Problem. Das sehe ich ganz genau so. Also, ich habe, äh, ich habe auch vor, vor vielen, äh, Monaten, ich habe auf Windows, auf 10 nichts mehr drauf, gar nichts, nüscht. Oh, 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 oh nicht. Keine Programme sind da drauf, da wird nichts gespeichert, außer mein Desktop und auf meinem Desktop ist es mir scheißegal, wenn da was weg ist. Ich habe auch nur noch NAS und dann war es das. Und das wird auch nochmal gebackupt, das Ganze. Ich habe schon seit Ewigkeiten keine HDDs mehr. Also schon seit sehr, sehr vielen Jahren nicht. Also heutzutage uninteressant, weil warum soll es dir in ein HDD-System hängen, wenn die SSD-Preise so günstig sind, unabhängig jetzt von Chia oder von anderen Sachen. Aber weiß ich nicht, ich habe es einmal früher, also mir ist damals mal eine Festplatte abgeraucht, also die dann wirklich wie du schon sagtest, dieses komische Klicken oder sowas und du kannst sie dann nicht mehr anfahren oder sie funktioniert halt nicht mehr, sie wird nicht mehr erkannt oder sowas. Also eine Festplatte habe ich mal kaputt bekommen und eine SSD. Ansonsten nie Stress damit gehabt. Und also ich schmeiße bei mir schon Sachen auf C, habe aber auch noch einen weiteren Datenträger drin, wie du schon sagst, dann auch NAS, etc. Das geht schon ganz gut. Und ich weiß noch, dass ich mal bei dir irgendwie, ich weiß nicht, in welchem Zusammenhang ich das mal mitbekommen habe, Thema Cloud, da war ja dann so eine Frage, ja welchen Cloud-Anbieter kann man überhaupt benutzen? Und dann wäre das so eine rechtliche Geschichte gewesen und dass es natürlich auch Anbieter aus Deutschland gibt, dann kann man natürlich auch den von der Telekom nutzen. Sowas die Richtung. Das geht auch schon ganz gut. Vor allem, wenn du den entsprechenden Upstream dann halt hast. Oder je nachdem, welchem Land damit man halt nichts hin- und herschieben muss, EU-Recht und so weiter und so fort. Na, bei mir macht er das von 24 Uhr bis 8 Uhr morgens. Darf er das synchronisieren mit der Cloud? Brauchst du so lange? Na ja, also den ersten äh, ich glaub die ersten Wochen hat er halt 400 GB hochgeladen. Geschmeidig. Das, äh, klingt nicht nach, also das klingt schon noch ein bisschen, ja. Ja. Das war, glaub ich, zwei Nächte hat das gedauert. Not bad, not bad. Ja. So, okay, pass auf. Ich hab, äh, ich weiß nicht, ob ich die Geschichte schon mal hier in dem Hardcast erzählt habe. Ähm, ich glaube nämlich schon. Ähm, ich hatte, das ging damals auch um, um so ein bisschen Hardware. Ich war, ich war auf der richtigen, ich war zur richtigen Zeit am richtigen Ort, hab, äh, hab da die richtigen Leute kennengelernt oder mitgesprochen. Einer war von Asus, einer von Nvidia, etc. Und die haben dann, die haben dann so ein, so ein Placement irgendwie klargemacht. Und das hat sich noch fast ein ganzes Jahr hingezogen, bis das dann, du kennst das ja, oder Dinge dauern halt ewig lange, ne? Und das hat sich dann aber auch in Anführungszeichen gelohnt, weil auf einmal stand da noch im Raum, hey, wir schicken dir auch noch eine Intel-CPU. Ich so, hä, ja, was denn? Find ich ja cool, ne? Ja, das ist hier so, bla bla, schick mir die Typen bezeichnen. Ich so, das kann nicht sein, das ist eine Zehnkern-CPU, ne? Also Intel Core i7 war das damals, Zehnkerne. Das war unfassbar viel, Zehnkerne in einer CPU zu haben, zu der Zeit. Und die kostete damals, Einführungspreis, so zwischen 1.700, 1.800 Euro, so roundabout. Die große? Das war eine große, ja. Das war die 69,50? 69,50, ja. Ja, da habe ich euch 2.200 Euro bezahlt. Ganz am Anfang, ganz am Anfang war der über 2.000, aber dann der Straßenpreis waren dann direkt 1,7, 1,8 irgendwo dazwischen. Der Straßenpreis. So, und im Computer war drin, das passende Mainboard dazu natürlich, das war auch so eine 400-Euro-Maschine von Asus in dem Fall, Speicher vom Corsair, Kompaktwasserkühlung und jetzt, wir brauchen gar nicht drüber reden, ob Kompaktwasserkühlung in dem Fall sinnvoll war oder nicht sinnvoll war, das war halt damals in dem Paket mit drin. So, und die CPU, die Kompaktwasserkühlung, den Speicher, dann noch ein neues Netzteil, das genug Vofo hatte, ich weiß nicht, glaube ich, in 800 Watt, in der Zeit, 750 Watt, in der Zeit, irgendwie sowas in der Richtung, und der PC sollte halt als Medien-PC genutzt werden, also zum Encoden für den Livestream oder halt eben zum Encoden für Videos. Und das hat nachher auch super geklappt. Ich konnte während dem Streamen über die CPU encoden und gleichzeitig auch ein Video rendern. Das hat sich nicht gebissen, also die CPU hatte so viel Power. Allerdings im High-End-Bereich natürlich nicht, wenn man dann auf Richtung Medium-Slow oder sowas geht, aber das ist ein anderes Thema. Und, naja, langer, kurzer Sinn, wir haben das im Stream zusammengebaut und das hat den ganzen Tag gedauert, wir mussten dann auch die CPU, wie gesagt, das BIOS upgraden und so, dann passte die Kompaktwasserkühlung nicht rein, dann hast du tausend Klugscheißer, die sagen hier, bla bla dies, bla bla das. Ich weiß nicht, ob das Meme mit dem Netzteil damals aus der Richtung kam, weil bei einem System, das wir im Stream zusammengebaut haben, habe ich halt gesagt, guck mal, wir können das Netzteil jetzt so rum oder um 180 Grad gedreht einbauen, also dass die Lüfter nach oben sind, wie wir das ja alle machen, oder die Lüfter sind nach unten. Und ich hatte diese Informationen aus verschiedensten Videos von Leuten, die Wasserkühlung in ihren Teilen, dass man das Netzteil auch andersrum reinmachen kann. Natürlich ist das Netzteil ein Gerät, das natürlich auch für die B- oder Entlüftung, also für die Entlüftung des Gehäuses da ist und halt eben heiße Luft hinten rauspusten soll, die es nicht extra von unten einsaugt, sondern halt eben aus dem Gehäuse reinnimmt. Richtig? Richtig. Du kannst aber auch einfach das umdrehen und von unten kalt rein saugen. Exakt. Exakt. Das ist doch gar nicht so unclever, weil das Netzteil sowieso an dann auch die kalte Luft in das Gehäuse abgibt. Jedenfalls weiß ich nicht, ob das... Entschuldigung, demnach hast du den Druck auf der Grafikkarte, dass du die kalte Luft, noch schneller, warme Luft, noch schneller nach oben transportierst. Und nicht die warme Luft aus der Grafikkarte runter ins Netzteil und dann raus. Jedenfalls hat der Chat damals darauf bestanden, dass das halt komplett falsch ist und da wurden keine anderen Gefangenen gemacht und es wurde nicht gelten gelassen. Jedenfalls, lange Rede, kurzer Sinn, ich war nach acht Stunden auch ziemlich am Ende so mit der Kraft. Ich hab dann auch den Stream auch ausgemacht, da lief dann zwar noch nicht der PC, wegen... Ne, stimmt gar nicht, der PC lief natürlich, er hat gepostet und alles war cool, wir kamen ins BIOS rein, ein paar Sachen hingestellt, aber ich war halt so im Arsch und wollte nur noch was zu essen machen und wie das halt dann so ist, ne? Machst den Computer aus, macht den Stream aus, sagst, hey, dankeschön, dass ihr zugeschaut habt, das volle Programm und... Aber der PC lief, also es war alles cool. Und das war eine Kiste, die hat damals echt ein paar tausend Euro gekostet, nicht? Das kommt nicht in die 14.000er Region, aber für so ein Placement mit ein paar tausend Euro, mit so teuren Sachen, da sagst du natürlich, hey, danke, das ist mega geil und freust dich halt. So, ich dann was zu essen, was gefuttert, noch ein bisschen Zeit verbracht, so und dann wie das halt abends so ist, ne? Der PC stand zu dem Zeitpunkt auf dem Fußboden und, ähm, ja nun, äh, wie das, ja, beim Zusammenbau muss ich wohl eine Kleinigkeit falsch gemacht haben. Ich hab beim Hochfahren immer diese Meldung bekommen, ähm, wir haben gar keine CPU-Kühler hier eigentlich, also ich finde gar keinen CPU-Kühler, ne? Was ist denn da los? Und das war mal das erste Mal Kompaktwasserkühlung und ich war nicht so ganz sicher, wie man die am besten anschließt. Und ich muss die irgendwie vertauscht haben und dann hab ich gedacht so, ja, ist ja kein Problem, so einen CPU-Kühler, den kannst du ja mal eben rausziehen und an der anderen Stelle reinstecken, da wo er halt hingehört, richtig? Ist ja kein Problem, kann man ja machen, oder? Äh, grundsätzlich ja, aber du solltest das Netzteil vorher ausmachen. Ja, pappalapapp, du kannst das auch im laufenden Betrieb machen, wie wir alle wissen. Das Problem war... Nee, kannst du nicht. Das Problem war, dass diese Anschlüsse hier, hier oben, alle exakt im gleichen Abstand sind. Siehst du, siehst du, wie exakt diese Pinne miteinander quasi im Abstand sitzen? Ja, weiß ich, kenn ich. Und der Computer stand jetzt quasi unter meinem Tisch und ich hab das da so gesehen, oh, der muss da raus, der muss da ran. Und dann hab ich quasi den einen, dann hab ich quasi den einen mit dem anderen überbrückt und dann hab ich so einen ganz kleinen Lichtbogen gesehen, so ein... Komm ich wieder mal sofort aus. Und ja, Mainboard im Arsch. Fuhr nicht mehr hoch. Das war sehr unangenehm, weil das war natürlich auch sehr teuer. Ich so, scheiße. Was machst du denn jetzt? Und später stellte sich dann halt raus, was halt alles kaputt war. Aber in dem Moment hab ich halt gedacht, scheiße, hoffentlich ist die CPU nicht kaputt. Hoffentlich hast du die CPU nicht gegrillt mit so einem Kurzschluss irgendwie, ne? Und hab dann auch am nächsten Tag brav alles in meinem Stream gebeichtet, was kaputt gegangen ist. Weil ich hab natürlich gedacht, ja, kannst du es dir auch eben nachbestellen und sagen, ja, wir gehen jetzt ein, zwei Tage nicht online und danach unter Teppich kehren. Klappt schon. Hab dann aber gesagt, nee, pass auf, das und das ist passiert, ne? War doof, hätte man nicht machen sollen. Man kann, also klar, du solltest natürlich, ich würde es niemandem empfehlen, aber solche Anschlüsse hier von so einem Netzteil, von so einem Lüfter, soweit ich weiß, kannst du die im Betrieb rein und raus stecken. Das hat im Prinzip keinen anderen Effekt, als wenn man einen Hardware-Schalter hätte und den Lüfter ein- und auszuschalten. Wenn man die aber abzieht und überbrückt auf einen anderen, weil die halt alle so in Reihe stehen, ohne einen Schuh zu haben, dass die auch, ne, dann ist das natürlich scheiße. So, und dann funktioniert das natürlich nicht. So, und, also am Ende des Tages kaputt war, von der Kompaktwasserkühlung, war die Pumpe im Arsch, also instant, die war komplett tot. Da passierte gar nichts mehr, egal wie, was man angeschlossen hat. Das Netzteil war durch, obwohl mir jeder natürlich gesagt hat, nein, die haben ganz viele Schutzschaltungen überall drin, da kann nicht so schnell was kaputt gehen. Ähm, Batterie ausgeleert, ähm, alles eine Woche liegen lassen, damit wirklich keine Spannung mehr irgendwo drauf sein kann, ne? Alles mal angeschlossen, eingeschaltet, ohne, ähm, ohne die Stromversorgung zu haben, damit die Kondensatoren sofort leer sind. Ähm, alle Sachen raus, alle Sachen rein, ähm, andere CPU hatte ich ja nicht, ähm, die, 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 anderen Speicher, dies, das, jenes und so weiter. Also dieses Mainboard ist, äh, ist defekt. Es ist, es ist einfach tot, es ist tot. Das macht keinen Mucks mehr. Gar nichts. Das Einzige, was noch leuchtet, ist eine LED. Ansonsten ist es halt komplett drin. Äh, und dann Dinge nachbestellt, weil ich natürlich auch nicht die Blöße geben wollte, damals vor Nvidia oder vor AMD, äh, vor, vor Asus. So von wegen so, äh, ja, Leute, mir ist da was doos passiert. Sondern ich hab, hab mir gedacht, komm, muss halt jetzt selber gerade stehen, ne? Hab mir Kompaktwasserkühlung nachbestellt, hab gekostet, keine Ahnung, 180, 170, war damals auch, glaub ich, relativ neu. Äh, das Mainboard hat knapp 400 Euro gekostet. Und dann hab ich schon, also, äh, um auf Nummer sicher zu gehen, auch nochmal Netzteil bestellt. Das war dann nachher aber in Ordnung. Das hab ich dann wieder zurückgeschickt, ne? Und bla. Äh, und ich wusste nicht, ob die CPU im Arsch war. Ich alles eingebaut, verschwitzte Hände. Das hab ich auch nicht im Stream gemacht dann so, ne? Eingeschaltet und ich denk so, boah, es kommt ein Bild, es kommt ein Bild. Okay, die CPU kann nicht kaputt sein, so, ne? Das war, das war, mein Chat sagt zwar gerade, das Board hat, äh, 600 gekostet, aber ich bin mir ziemlich sicher, dass das Board zu dem Zeitpunkt 400 gekostet hat. Ähm, knapp, knapp 400. Ähm, das ist hier das, ähm, Sabertooth X99 von, von Asus in dem Moment. Ja. Kannst ja im Preisverlauf mal schauen, was das kostet. Ich bin mir ziemlich sicher, dass es 400 gekostet hat beim Release. Das war so, was mit dem Stream zusammenhängt, eins der teuersten Sachen, die mir, die mir jemals kaputt gegangen sind. Und das ist mir natürlich auch eine Lehre, keine Frage. Ähm, aber ich zieh heute noch mal den Stecker von, von, von dem Lüfter einfach so ab. Das ist, da, da, da ist nix bei. Doof, ne? Also, das ist dumm. Korrekt. Absolut. Da müssen wir nicht drüber reden. Das ist dumm. Also, bei mir ist es mittlerweile wirklich so, und das habe ich von meinem Papst gelernt, auch wenn es nicht notwendig ist, aber Netzschalter aus und hinten den Stecker raus. Und nicht, und vorher noch mal kurz was anderes anfassen. Müssen wir nicht drüber reden. Das ist der beste Weg, um die Sachen möglichst, äh, zu entladen. Dann kann es dir immer noch passieren, dass irgendein Kondensator noch, noch Spannung hält. Das, ne? Ja. Ich mach dir was. Aber es ist halt, ganz ehrlich, vor allen Dingen da oben. Also, vor allen Dingen links, wo du nichts siehst im Gehäuse. Gar nichts. Fingerst du im Laufen wie Betrieb rum. Oben links, in der, in der beschissensten Ecke eines Computers, fummelst du rum und denkst, dass du halt, äh, auf gut Dunst irgendwas triffst. Und vor allen Dingen, du gehst dann halt abends, kurz bevor du noch mal pennen gehst, machst du den PC noch mal an und denkst dir so, ach, diese Fehler mit, die kriegen wir noch mal eben kurz weg. Ja, das ist so eine Kleinigkeit. Zupp, zupp. Oh. Das war halt pure, das war halt pure Dummheit halt, weißt du? Oh. Ja, diese Oh-Momente, oh, die hat man sehr oft, dieses Oh. Ich dachte, das machen wir jetzt einfach noch mal ganz schnell. Ähm, ja. Also, wie gesagt, das ist so mein größter Fail, der, äh, der so während der, der Streamingzeit hier so passiert ist mit, mit PCs und so weiter. Ja, und auch, das ist mit Abstand das Teueste, was mir jemals so kaputt gegangen ist. Also, ansonsten kaum. Und die meisten Sachen sind halt, auch wenn Leute die einfassen, wie du es vorhin genannt hast, mit, als wenn du so mit rohen Eiern hantierst, die meisten Sachen sind echt robust. Ja, auf jeden Fall. Wenn man sich so Videos anguckt von den Overclockern und wie die mit ihrer Hardware umgehen, ob das der Bauer ist oder andere, ne, da wird ne, ne Grafikkarte ohne Lüfter, ohne, äh, Dingens, die wird halt in die Spülmaschine gelegt, damit man halt die Vaseline abkriegt, so was. Oh nein, oh nein, oh mit der, wir müssen aber ganz vorsichtig mit dem Teil sein. Hm, ja. Das ist bei mir zum Beispiel, äh, meine, meine Triple Screen Grafikkarte da drüben, die hat bis vor einer Woche, weil ich, äh, da einfach nicht nachgeguckt habe, hat die, äh, hoch bis 100 Grad war die. Okay. Ja, und dann aber auch 100% Auslastung. Und, äh, dann habe ich da reingeguckt und Chat gleich Schnappatmung. Die Grafikkarte! Ich so, Leute, wenn das Ding nicht, wenn das Ding nicht throttelt und das sich nicht automatisch runterregelt, ist da alles cool. Kannst du ballern bis zum Get No, ist vielleicht nicht gut und vielleicht nicht ganz so gesund, aber kannst du ballern. Da kannst du, kannst du lassen laufen, die Scheiße. Die gleiche Diskussion hast du halt auch bei meinen CPUs, ne? Also, du hast immer so den einen oder anderen Enthusiasten, der ein bisschen mit seinen Zahlen angeben will, dass deine Wasserkühlung halt die CPU noch kühler hält und dann sagst du einen Wert, ich sag jetzt mal 60 Grad und dann kommt sofort so, naja, also das ist viel zu viel, da musst du auf jeden Fall, da musst du auf jeden Fall mal ran. Die CPU da hinten läuft bei 72 Grad. Solange, also es gibt, es gibt so eine Fingerregelung, ne? Solange deine Kiste nicht throttelt, ist alles cool, weil dann hat der Hersteller das schon bedacht. Und die, also die Grafikkarte, die fängt bei 110 an. Ich meine, es ist nicht gesund, darüber müssen wir nicht reden, das ist auf Dauer, das ist wie Mining, ist nicht so schön. Ich hab dann auch mal die Lüfter auf 100 Prozent gestellt, also alle, jetzt hört sich das halt an, als wenn ein Flugzeug startet, aber ist egal, jetzt ist sie bei 85. Aber selbst da, 85 bist du wahnsinnig, das ist doch viel zu viel, die explodiert doch gleich. Aber Grafikkarten sind doch jeder, also mein Wissensstand ist der, Grafikkarten, also GPUs sind eh auf eine höhere Betriebstemperatur ausgelegt als eine CPU. Ja. Jetzt, wenn man jetzt auch mal ein bisschen die neueren AMDs wegnimmt, so, ne? Naja, ich hab mich auch sehr überrascht, also ich war selber sehr überrascht, als ich den 5900 bei mir drin hatte, wie heiß der dann halt irgendwie wurde. Bis ich dann halt auch gecheckt habe, ah, alles klar, ja, AMD macht das also so, dass sie halt permanent immer nachtakten und immer an der Hoch gehen, ne, und das Limit selber ausloten und, ah, alles klar, okay, ja, läuft. Hast du denn, also es gibt ja unterschiedliche Temperaturangaben bei AMD. Da gibt's eine, die hat zehn weniger, das ist die richtige. Der Offset-Wert, ja. Aber der Offset-Wert gibt's bei den neueren AMD-CPUs nicht mehr. Also man möge mich verbessern, aber das war eine Sache damals bei dem Ryzen 7 2700X. Der hatte das, I guess. Ich bin noch nicht so lange in der AMD-Welt drin, aber ich meine, die neuen haben das nicht mehr. Da müsste ich auch nochmal nachhorchen. Also das, äh, ich, das hab ich nur so im Hinterkopf, aber das kann gut sein, ja. Ist aber wie ihr sagt, also, ach. Chat sagt, nur Zen und Zen Plus hat Offset. Okay. Dann, äh, danke. Aber das mit den Temperaturen, ja, das, äh, also das war bei Blackbeard halt sehr schön, weil der hat gefroren. Der hat wirklich gefroren, das war krass. Alex, das war wirklich krass. Also wirklich ohne, das war richtig krasse Kacke. Also, wir haben den, den, den Ripper auf wirklich so hoch, wie es geht, volle Lotte. Also nix mit hochfahren und rampen und so ne Scheiße, sondern wirklich voll Attacke und zwar nonstop. Der war bei 40 Umdrehungen, Alter. 40. 16 Kern-CPU. Aber auch richtig mit, mit Strom und alles drauf, das war richtig krass. 40. Und da sind die Lüfter nicht mal angegangen. Und die Kühlung. Dann hast du den Stream angemacht. Also ich hab damals halt auf Slow gestreamt, weil es wollte man halt machen, weil man hat ja die dicke Kiste gehabt und war ein bisschen naiv und dumm und hat sich damit noch nicht auseinander ersetzt. Und dann hast du wirklich, du hast unter dem Tisch gehört so, und nur ganz so, wirklich minimal mehr. Komplett tot. 40 Grad. Nix. Grafikkarten. War ja ohne Scheiß die Grafikkarten, da hättest du wahrscheinlich schon so, 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 diesen, diesen Frostschweiß, hättest du da schon sehen können. Die waren so kalt. Die waren so kalt, das kannst du dir gar nicht vorstellen. Und dann hab ich das mal, ich hab das mal wirklich auch ausprobiert. Also die Lüfter hab ich damals in, ich weiß gar nicht, die liefen auf 20 oder 30 Prozent nur. Da waren aber auch 40 Stück drin, muss man dazu sagen. Also das war wirklich. 40. Da waren 40 Lüfter drin. Ich hab halt völlig übertrieben. Ich hab an der Seite, also auf allen Radis waren schon 16 Lüfter dran. Also nur an der Radi-Seite, da waren 16 dran. Wenn die Karre hochgefahren ist, also die Lüfter standen zur Wand und die haben aus dem Gehäuse rausgezogen, durch die Radis. Du hast richtig an der Wand gemerkt, wie die Luft sich so rumgepresst hat. Das war richtig krasse Scheiße. Und ich hab die mal auf 100 Prozent laufen lassen und hab mir das mal einen Tag, hab ich so mal gestreamt. An den Temperaturen ist nichts passiert. Gar nichts. Da hat sich kein Pitzel bewegt. Nichts. Keine Schwankung. Eine Linie. Aber wir reden darüber, dass du halt, wie viele Radiatoren hattest du denn dazwischen? Vier. Vier. Ja gut. Das ist natürlich dann schon mal erstmal eine Menge Wasser plus Reservoir wahrscheinlich. Ja, auch Großes hier so. Ein Großes, alles klar. Nee, nee. Natürlich. Ja, ja. Naja, war der Zweirechter. Also auf der einen Seite hast du halt vier Radiatoren gehabt. Ich nehme mal an, auch nicht gerade nur 240er, sondern eher so die... Vier 80er in der Größe. In der Dicke. Cool. Aber hast du keinen Bock mehr drauf, ne? Ich hör das schon so hintenrum raus. War eine gute Zeit, aber das möchte ich nicht nochmal haben. Ich hab mit Alphacool, hab ich damals telefoniert und ich so, ey Jungs, also schafft die Pumpe das? Weil der musste halt, der musste 80 Zentimeter nach oben pumpen. Mhm. Und schafft die Pumpe das? Ja, wie viel hast du denn da dran? Ja, da sind schon so zwei, vier 80er da dran, ne? Also oben, das ging dann oben rein und ist dann von oben auf wieder runtergegangen. Aber ja, also die Pumpe, die hat echt gut zu tun gehabt. Die war also... Wie viel Liter Volumen passt denn da rein? Wie viel Flüssigkeit? Oh, ich müsste lügen, aber ich glaub so ein zweieinhalb Liter? Nur? Ich bin jetzt nicht drin, wie viel Flüssigkeit in so ein... Ich glaub zweieinhalb Liter ist schon ganz schön viel. Also ein halber Kanister. Halber Kanister. Ich hab selber nie in meinem eigenen PC eine Wasserkühlung gehabt. Also das würde mich nochmal reizen, so ein System nochmal zu bauen, aber ich hab kein Interesse dafür, Geld auszugeben. Also wenn es dann mal so zum Sponsoring kommen sollte, mach ich das gerne, hab ich auch Spaß dran, aber selber möchte ich das gar nicht haben. Wie du schon sagst, wenn du keinen Bock hast, ewig diese Scheiße auseinanderzureißen, weil du irgendwas ändern willst, da bin ich komplett nein. Das Ding ist halt, ich kann Menschen verstehen, die das machen, weil das ist schön und wirklich super effektiv. Also wirklich kack die Tür zu, das ist wirklich kalt. Also du kannst da wirklich, das ist kalt. Die CPU ist, die friert. Aber das Ding ist halt, sobald du irgendwas ändern musst, musst du jedes Mal Wasser ablassen. Wenn du Wasser abgelassen hast, du musst das dann ja auch warten, weil du wirst ja dann auch irgendwann mal so ein Korrosionsschnodder, aber du kannst ja auch alles reinmachen. Aber du musst dir halt im Klaren sein, dass du das auch warten musst. Du kannst jetzt nicht einfach mal eine Grafikkarte wechseln, weil die musst du wieder auseinanderbauen, dann musst du neuen Dings drauflegen, Kühlkörper und den ganzen Scheiß. Es gibt Menschen, die feiern das und das kann ich auch absolut nachvollziehen, aber für mich ist das, also oder für dich halt auch, es ist ein Arbeitsgerät. So, was machst du jetzt, was machst du jetzt wirklich, wenn dir morgen geht was kaputt? Und du musst das wirklich super, das muss eigentlich morgen, vormittag vorm Streaming muss es gemacht sein. Dann sitzt du da und dann, wenn du Hard-Tubing noch drin hast, kommst du überall nicht so rein und das ist alles vollgeklattert und es ist schön. Also ich würde es nicht mal mehr mit Soft-Tubing machen. Ich würde es nicht mal mehr mit Soft-Tubing machen, weil das einfach irgendwann, es ist stressfreier, wenn dein Job, wenn dein PC dein Job ist, ist es stressfreier, das normal zu bauen. Verstehe ich. Frage aus dem Chat, war das die Pumpe, die ersetzt wurde? Wie ersetzt wurde? Achso. Ist bei dir mal eine Pumpe ersetzt worden? Ja, nicht zu knapp, ja, aber das war das, was ich vorhin gesagt habe mit dem Netzteil, das hat Überspannung gehabt und das hat die Pumpe immer gegrillt. Und das war aber auch nicht immer so, das war immer mal und dann hat sie nicht gepumpt und dann lief sie nicht und dann musste sie das Rechnerzähl mal an- und ausmachen und dann ging sie wieder. Ja, das Netzteil hat die Pumpe halt immer gegrillt. Und das habe ich auch, wie gesagt, nur rausgefunden, weil ich irgendwann meine USV davor gemacht habe und immer, wenn ich den Rechner angemacht habe, hat die USV geklickt. Die klickt halt, wenn Überspannung da ist. Ja, ja, really. Genau. Und dann habe ich das nur so rausgefunden und ich habe die ganze Zeit ohne Scheiß, Alex, ich habe gesucht wie ein Irrer. Und dann habe ich mit denen telefoniert und ich so, ey Leute, eure Pumpe ist kaputt. Und die so, nee, die ist nicht kaputt. Und alle so, ja, die Pumpen sind sowieso nicht schon so geil. Und im Internet stand halt oft bei vielen Leuten, dass die Pumpe nicht gut ist. So, und ich dann wirklich schon, habt ihr noch eine andere Pumpe? Nee, haben wir nicht. Und ich die ausprobiert, das war eine D5, glaube ich, eine D5. Ey, ich habe ohne Scheiß, ich habe da drei Pumpen reingemacht. Und irgendwann habe ich gesagt, der geht nicht mehr. Und dann habe ich das rausgefunden und alle Pumpen haben eigentlich funktioniert. Aber das letzte Teil hat die Pumpe weggekriegt. Total bescheuert. Und gesucht und gemacht und getan und es ging das nicht, dies, das, Ananas. Irgendwann habe ich einfach keinen Bock mehr. Auch aus dem Chat, Schnellkupplung. Mittlerweile gibt es auch von jedem Hersteller, also von vielen Herstellern wahrscheinlich, gibt es halt Schnellkupplung. Ich kenne es auch nur aus Videos, ich habe selber nie, wie gesagt, ich habe selber nie mit Wasserkühlung bisher gearbeitet. Das ist wie so ein altes Gardena-Verschlusssystem, nur noch dichter. Du kannst es mal eben an die Grafikkarte dran, also anschließen und wieder lösen. Superschön, ja. Ja, aber dann hast du ja immer noch Wasser drin. Das muss ja da auch wieder raus. In dem kleinen Zwischenstück. Dann kannst du eigentlich auch alles ablassen, wenn du Dings hast zum Entlassen. Die Schnellkupplung funktioniert in beide Richtungen. Also sprich, wenn du, sagen wir mal, du willst die Grafikkarte ausbauen, dann machst du es an beiden Seiten ab. Ja. Nimmst die Grafikkarte raus, nimmst die neue rein, fertig. Ja, aber dann ist immer noch Wasser drin. Das ist korrekt. Das kannst du ja dann ablassen, aber du musst nicht deinen kompletten Kühlwasserkreislauf dann ablassen. Ist doch scheißegal, ob du nur die Grafikkarte ablässt oder alles rauslässt. Das macht keinen Unterschied, weil der, wenn du den Radi drin hast, ist der Radi halb voll und der Rest läuft einfach ab. Ja, aber Gardena-System, wie, 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 da, ich weiß nicht. Weißt du, wie groß die Dinger sind? Die Schnellkupplung, die sind mittlerweile super kleine Teile. Das sind solche Apparate mittlerweile. Nein, die sind kleiner. Trust me. Also die, die ich hatte, die waren so groß und die habe ich keinen Bock gehabt, die einzubauen. Ja, klar. Am Ende, was willst du denn bei Hard-Tubing eine Schnellkupplung reinbauen? Die Schnellkupplung kannst du fürs Ablassen benutzen. Also wenn du wirklich am tiefsten Punkt das ransteckst und dann zum Ablassen. Aber wenn du Hard-Tubes benutzt, wo willst du denn da so ein Ding reinbauen? So, und das meine ich ja eben. Bei Soft-Tubes, okay, cool. Bei Soft-Tubes, okay, mag vielleicht cool sein, aber bei Hard-Tubes bist du am Arsch. Bist du gebummst, musst du ablassen. Wie gesagt, ich habe selber nie eine Wasserkühlung mit drin gehabt. Kompakt-Wasserkühlung war bei mir das Maximum. Ich finde Kompakt-Wasserkühlung auch grundsätzlich mehr so ein optisches Merkmal. Also im Sinne von, du kommst nicht an die Kühlwerte ran wie von einer richtigen Custom-Wasserkühlung. Und hast dann natürlich den Nachteil, dass du das Ding, wie du vorhin schon sagtest, man muss die Dinger normalerweise warten. Eine Kompakt-Wasserkühlung. Es gibt ein paar wenige, die modular aufgebaut sind, die auch eine Entlüftungsmöglichkeit haben, dass man halt eine neue Flüssigkeit reinmachen kann. Aber das sind vielleicht, keine Ahnung, ich weiß nicht, wie viel es auf dem Markt dann gibt, aber der Großteil, wenn du so eine 100, 150 Euro Ayo holst, das geht halt nicht. Fertig aus Ende. Fertig aus Ende. Ich werde auf jeden Fall, also das werde ich demnächst auch probieren, wenn ich nochmal wechsle, also wenn ich hier demnächst nochmal alles austausche, werde ich auch auf Luft gehen. Also ich werde mein nächstes Streaming-Rechner auf Luft mal bauen. Aber dennoch so mit, ich baue mal acht Lüfter rein. Mal gucken, was passiert. Ich käme damit echt nicht klar, ne? Also mein PC ist wirklich super leise, selbst wenn er unter Volllast läuft, der ist so unfassbar leise geworden. Die ganzen Komponenten sind halt auch scheiße effizient und also ich verstehe nicht, wieso das bei dir, ich war ja noch nicht da, aber wie laut das dann bei dir sein muss, was du halt immer so erzählst. Sehr laut. Naja, du musst dir halt vorstellen, die Dinger laufen halt wirklich unter Last, also richtig Last. Also der Streaming-Rechner läuft wirklich unter Last, richtig, da ist Feuer drauf. Der Rechner hinten mit, also dreimal Triple, also Triple, 1440p, Bagger, die Grafikkarte, die ist selten unter 90% Auslastung. Selten. Und mit selten meine ich vielleicht von einem 24-Stunden-Rennen eine Viertelstunde. Das ist, was willst du da machen? Du musst ja irgendwo hin damit, sonst grillst du den Rechner weg. So und bei mir ist, also bei mir ist wirklich so, ich trag eh Kopfhörer. Mir ist das scheißegal, ich hör die Kacke nicht. Was, wenn, wenn hier immer Leute zu Besuch kommen, äh, die sind ja voll laut, Alter, was soll das denn? Ich sag, ich hab Kopfhörer, ich hör das doch eh, nee, eh nicht. So und bevor ich meine Rechner grille, lass die Scheiße einfach volle, also ich, bei mir gibt's auch kein Rampen. Also bei mir rampen Lüfter nicht hoch. Der Streaming-Rechner, hab ich da auch extra so eingestellt, volle Kanone, also anderes gibt's nicht. Der kennt das nicht. Weil beim Gaming-Rechner ist das wieder was anderes. Also der rampt jetzt, äh, der rampt hoch, aber auch der hinten, der rampt nicht. Weil die sind halt so von der Anwendung her, dass der da hinten ist sowieso volle Pulle ausgelastet. Was soll ich da rampen? Wofür? Also die drei Minuten, die ich im Windows da rumsitze und ein bisschen auf dem Desktop rumdödel, weil ich, äh, mein Rennen starten will, äh, für die zwei Minuten brauche ich das nicht machen. Also mein Threadripper, mein Threadripper, ähm, hab ich ja damals in so ein kleines Gehäuse eingebaut, von Corsair, das, ähm, R240, irgendwas. Und, ähm, da hatte ich nicht so viel Platz und deshalb war ich gezwungen, also zu dem Zeitpunkt gab's noch nicht so viele Lüfter für den, ähm, für den Threadripper und, ähm, also es gab schon welche, aber die waren halt zu groß für das Gehäuse und die einzigen, die in das Gehäuse reinpassten, ähm, das war dann so ein, äh, einer von Corsair, äh, das war dann, den musste man umrüsten mit so einem Umrüstset, das hab ich mir auch bestellt, äh, aber dann hat man schon gesehen, dass, dass, dass der eigentliche Kontakt zu dem Threadripper nicht die komplette Heat, äh, äh, in den Heat Spreader von, von, äh, von einem Threadripper abgedeckt hat. Das übliche Problem, ne? Du hast halt einen runden Kühler und der sitzt auf einem viel zu großen, viereckigen Flatschen von Threadripper, ähm, halt drauf. So, und das hat funktioniert, aber nicht gut. Also sprich, gerade wenn du dann, ähm, damit encoded hast, dann hast du halt gemerkt, der, der ging ins Thermal Throttling und vorher wurde, konnte halt nicht gescheit encoden. Naja, also konnte nicht mit voller Last arbeiten. Dann hab ich mir noch einen anderen Luftkühler von, äh, Noctur damals bestellt, der passte aber nicht ins Gehäuse rein, das wusste ich zu dem Zeitpunkt aber schon, äh, der hat das Ding super gekühlt. Also der hat, der war, der war nicht besonders laut, ähm, aber der passte halt, wie gesagt, nicht ins Gehäuse rein. Und dann hab ich mir von Enamax, ähm, ne, die, den, boah, ich hab den Namen nicht mehr auf der Spur, Liquidloop oder irgendwie sowas geholt, die, äh, dann auch damals schon in, ähm, das Internet schon damit voll davon war, dass, dass Leute damit Probleme hatten. Ne? Also, dass die so vergnarzt sind, nach kurzer Zeit Ausfälle hatten und so einen Scheiß halt irgendwie. Und ich hab bis heute Glück gehabt, also, äh, der PC steht noch oben, ich nutze ihn jetzt natürlich gerade aktuell nicht, aber, ähm, der hat bis zum Ende der Laufzeit, hat man zwar gehört, dass die, dass, dass der Kühlwasserkreislauf, der fing an so ein bisschen zu gluckern, also ist da offensichtlich ein bisschen Flüssigkeit verloren gegangen, ist ein bisschen Luft reingekommen, Diffusion oder was auch immer, ist ja scheißegal, ähm, aber das hat der Kühlleistung keinen Abbruch getan, ne, weil er so gut aufgebaut war, dass, sag ich mal, die Luft auch wirklich nach oben, wenn das Reservoir geht, weggehen konnte. Ja. Lange Rede, kurzer Sinn, das war das einzige Ding, was reinpasste und da hab ich die Lüfter schon mir Mühe gegeben, so einzustellen, dass, wenn, 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 wenn der encoded, also wenn der Stream halt live ist, dass der schon deutlich höher fährt, also der rampt schon ein bisschen, aber eben nicht so, dass mir die Ohren wegfliegen und, ähm, wenn du den Stream ausmachst und die, äh, Temperaturen wieder runtergehen, dann fährt der auf ein normales Desktop-Maß halt irgendwie runter, dass der relativ leise ist. Na, dazu muss man aber auch wissen, das ist halt nur ein 240-Radiator gewesen und der ist auch nicht besonders dick, ähm, der dabei war, ähm, der eigentliche Kühler, der dann, sondern auch die Pumpe drunter sitzt, ähm, das war okay, fand ich wirklich gut, ähm, ähm, aber halt nicht ansatzweise in der Region, wie dann der Doktor-Lüfter da, äh, Gas geben konnte. Also das ist wirklich krass. Wirklich schön krass. Naja. Aber den PC hab ich momentan nicht im Betrieb und, äh, ja, bitte. Äh, nee, erzähl weiter. Nee, den PC hab ich gerade, äh, sowieso nicht im Betrieb. Ich hab noch eine andere kleine Anekdote, wo wir gerade über Stream-PC sprechen. Ich hab mit einem anderen Streamer gesprochen, dem Chris, Totally Acro, grüße ich ihn raus. Äh, der benutzt, der hatte ein bisschen Probleme mit seinem Single-System, ähm, und hat dann einfach kurzerhand seinen, ähm, aktuellen neuen Mac-Mini genommen und hat den zum Stream-PC umgebaut. Schickt das Ganze per MDI rüber, wie du das bei deinem, ähm, bei deinem, ähm, ähm, Racing Rig halt auch machst, und, äh, schließt sie die Webcam mit einer USB-Capture-Card an. Wahrscheinlich auch ein Elgato hat es mir gesagt, ich hab's vergessen. So mit dabei. Und der Mac-Mini hat halt eben den neuen M1-Prozessor. Und was ich nicht wusste, äh, Apple hat auch einen eigenen Encoder, den man unter OBS ansteuern kann. Weil ich hab ja keine Mac-Geräte, ich kenn das ja nicht, ne? Ähm, ähm, das heißt also, der lässt das über den Apple-Encoder laufen. Was ich mir bei ihm im Stream angeschaut hab, sieht das von der Qualität schon echt gut aus. Und der komplette PC, wenn man jetzt davon aus, also davon absieht, dass man halt keine PC-Express-Capture-Karten einbauen kann und auch nur auf die USB- oder Thunderbolt-Lösung angewiesen ist, die es gibt, ähm, der kleinste Mac-Mini liegt wohl aktuell so roundabout 800 Euro fängt das dabei an. Und das ist für ein komplettes System, was nicht heiß wird, keine Lautstärke hat und einfach nur weg-encoded, schon ist nicht mein Weg, aber ich find es gut, dass es diese Option gibt. Mac, ich hab auf meinem Streaming-Rechner HackOS drauf, ne? Ich hab's da auf dem Rechner. Du willst nicht wissen, Alter, was da für eine Qualität rauskommt. Willst du nicht wissen? Das ist unfassbar krank. Ich hab das Laufen und vor allen Dingen durch... Das Ding ist halt, ich hab mir für 150 Euro noch keine neue Soundkarte gekauft. Weil das ist das Einzige, was mir da drin fehlt. Es läuft wirklich alles. Tadellos da drin. Alles. Du kannst da Placebo drauf donnern. In OBS. Und der lacht sich kaputt. Welche CPU? Auf dem Ripper, auf dem alten. Dem 1950X? Ja. Da kannst du Placebo drauf ballern. Ich hab, ey, ohne Scheiß, du kannst über Mac OS kannst du sagen, was du willst, ne? Aber ich bin wirklich jedes Mal, wenn ich da solche Sachen ausprobiere, denk ich mir immer so, fuck my life, was habt ihr getan? Und ich hab mir nur noch nicht die Soundkarte bestellt, weil ich wahrscheinlich die CPU wechseln werde und dann werde ich auf dem Streaming-PC auch auf Mac OS umsteigen. Weil das einfach richtig kranke Kacke ist. Das ist wirklich crazy. Ich hab einmal testweise unter Ubuntu das Ganze ans Laufen gebracht und hab dann natürlich nur die Probleme, dass die Software, die man gewohnt ist, unter Windows laufen zu lassen, dass es die nicht für Ubuntu oder für Linux allgemein gibt. Aber wenn ich mir jetzt anschaue, welche Software ich überhaupt laufen lasse, dann ist das OBS. Irgendeine Art von Musikplayer, ob das jetzt Spotify ist oder irgendwas anderes, ist ja scheißegal. Irgendeine Software, die den Chat rausballert und da kann man auch ehrlicherweise ein Plugin unter Firefox nehmen, was unter Ubuntu auch genauso läuft. Und das war's. Mehr Zusatzsoftware hab ich hier gerade gar nicht laufen. Und das kriegst du auch unter Linux hin. Und Linux ist schon super stable. Sollen wir mal zum nächsten Programmpunkt rüber gehen? Ja, ich hätte jetzt noch einen kurzen Fail, hätte ich noch gehabt. Und zwar den jüngsten. Ich hab ja letztes Jahr nochmal komplett aufgestockt hier an Computern und neue Grafikkarte, neue CPUs und so gekriegt. Und ich hab's wirklich geschafft, von einer Wasserkühlung oben die Schraube abzubrechen. Also das, was du halt reindrehst, unten in die Konterplatte, dass der sich halt dran schmiegt und hab das abgebrochen. Wie? Überdreht. Also du musst wissen, Alex, ich ziehe Schrauben nicht handfest, sondern fest. Also Menschen haben Probleme, meine Schrauben zu lösen. Es ist irgendwie eine beschissene Angewohnheit, aber es hilft mir doch manchmal sehr. Naja, ich nur also das Ding angedreht, hab das in der Hand und denk mir so, fuck, glücklicherweise, glücklicherweise hab ich ja immer alles noch 30-fach da. Lange Rede, kurzer Sinn. Ich mir einfach eine andere Wacküge genommen, hab die darauf gedonnert und hab dann schön nach dem Stream, undercover, hab ich mir einfach eine M4-Schraube genommen, die ich glücklicherweise noch da hatte, die so lang war, hab mir eine Unterlegscheibe genommen, hab die drunter gelegt und hab dafür einfach eine M4-Schraube reingedonnert. Gibt's ein Bild davon? Was? Gibt's ein Bild davon? Ne, das hab ich undercover gemacht. Ich hatte nämlich, pass auf, das Ding ist ja, also ich hab, das ist von NCXT das Ding gewesen und die waren auch so nett, die haben mir auch neue geschickt. Also haben sie wirklich tadellos, einwandfrei, das war nach zwei Tagen hier. Aber ich wollte den Rechner benutzen, am selben Abend noch. Und dann hab ich erst mal mir so eine Schraube gesucht in meinem, weil ich hebe ja immer alles auf, in meinem Lager. Hab die da reingenagelt. Ich werde nie wieder, und das werde ich jetzt wirklich machen, ich werde nie wieder die vorgesehenen Mechanismen benutzen, sondern so eine Schraube, weil das Ding einfach bombenfest ist. Das ist einfach so geil. Jetzt hab ich da wirklich, die sieht super hässlich aus, die Schraube, by the way. Also die ist wirklich ultra hässlich, weil die wirklich so dünn ist und die sieht nach nix aus. Aber die Kühlleistung ist respektabel, würde ich sagen. Hält also fest, meinst du ja. Ja, bombenfest. Schön abgebrochen. Die NCXT-Mitarbeiterin, die lachte auch ein bisschen. Da dachte sie, was haben sie denn damit gemacht? Ich so, ja, wissen Sie was, ich will sie ja gar nicht anflunkern. Ich hab heute ein bisschen so im Kraftheftchen gelesen und hab das dann halt mal festgezogen. Ja, sie sagt aber, Sie wissen, dass nach Festlose komme ich. So, ja, weiß ich. Wäre es denn möglich, würd's auch kaufen. Nee, nee, schicken wir schon raus. Alles gut, hab gelacht. Dann hat sie mir halt auch noch eins geschickt, das war gut. Naja. Ich weiß gar nicht, ob ich jemals eine Schraube komplett überdreht habe. Bei den Ryzen gab's dann doch das Dingenswerkzeug hier, ne? Das, ähm, das, äh, ach komm, ich komm, ey, ohne Scheiß, wieder schwarze Flecken. Das Dingenswerkzeug ist, äh, der Drehmomentschlüssel. Genau, Drehmomentschlüssel. So, ne? Und ich dann, und ich dann, und wie wahrscheinlich jeder Vollidiot, der das das erste Mal benutzt, also ich jetzt, ne, setz das so an, klick, ja, das kann ja noch nicht fest sein, dreh weiter. Nee, aber Spaß beiseite, das ist mir nur, bei der ersten hab ich so gedacht, so, das kann ja noch nicht fest genug sein. Ja. Hab dann die anderen festgemacht und gemerkt, nee, das ist schon bombenfest, da muss man nicht, da muss man nicht mehr machen. Also Drehmomentschlüssel ist jetzt vielleicht ein bisschen übertrieben für das Werkzeug, das zu nennen, aber im Prinzip ist es das, ja, ne? Also, weil du gerade gesagt hast, Schrauben überdrehen, da bin ich Experte drin. Okay, cool, 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 bitte schraub nie an meinem Computer rum. Ach so, im Computer nicht, aber so, da bin ich Chef drin. Weißt du, wie viele Schrauben an dem Brick überdreht sind? Die Story kennst du, auch schöne Hardware-Fail. Okay, Iger war ja zu Besuch hier und wir haben ja das Rig zusammengebaut, ja? Und dann, ich hab die ganze Zeit geschraubt und gemacht und ich bin wirklich, also, wirklich, Alex, wenn du bei mir eine Schraube losdrehen willst, dann brauchst du richtig Zunder in der Arme. Weil die sind wirklich fest, da kannst du, kannst dich dranhängen. Auf jeden Fall hat Sascha dann in seinem Tran zwei Schrauben festgezogen. So, aber bei Imbus ist es ja so, manche Leute stecken den Schief rein. Mhm. Das geht ja auch und drehen dann. Funktioniert ja, ne? Aber wenn du dann wirklich fest willst, dann überdrehst du die. Nun ist das aus, ja. Bagger hat ja klangheimlich zwei Schrauben überdreht, ne? Und dann musste ich die irgendwann verschieben und hab das mitgekriegt. Ich bin fast ausgerastet. Und das Schlimme ist, ich hatte keine Metallbohrer mehr. Und dann halt Chat wie Chat wie der ist, weswegen ich das nicht mehr mache. Und ich weiß, dass die das immer gut meinen. Ja, nimmst du Stern, Alter, und haust das da richtig rein und dann küsst du auf, wa? Ja, das Ding ist halt, Sascha hat den auch so festgezogen, da ging nicht mal mit dem Stern eine Nummer größer mehr was. Da hättest du mit dem Presslufthammer rangehen können. Und ich richtig am Schwitzen. Ich hab einen Holzbohrer genommen, weil meine Metallbohrer hab ich aus Versehen bei meiner damaligen Freundin, Ex-Freundin, in den Dings gelegt. In den Kasten, hab die vergessen, meinen Satz Bohrer. Und ich war so tilt, ne? Also ich bin wirklich, ich war so tilt, das kannst du dir nicht vorstellen. Und das Schlimme ist, zwei Wochen später sitze ich da unten an der Pedalerie dran, ne? Und da ist wirklich so, ich weiß gar nicht, welche Größe im Buster es ist, welche Bezeichnung, zwei oder drei. Und ich das Ding festgezogen und das Problem ist, dass die Platte von der Hackenauflage ein bisschen gewackelt und Spiel hatte. Geht gar nicht. Hä? Es geht gar nicht. Nee, nee, geht wirklich nicht. Alex, sag ich dir so, wie es ist? Ja, ich mag das auch nicht. Wenn irgendwie an so einem Setup was klappert, das geht überhaupt nicht. Das meine ich ernst, das ist jetzt nicht ironisch gewesen. Okay, okay, ja, auf jeden Fall, genau, klapperte das. Und das machte mich fertig. Und ich dann abends in meinem, naja, jugendlichen Leichtsinn unten Schlüssel rangemacht und oben rin gedreht. Ja, habe ich unten erstmal schön die Mutter mit Schraube überdreht und abgebrochen. Es hatte übrigens immer noch gewackelt. Es stellte sich raus in die Unterlegscheibe, hätte es gefixt. Naja, lange Rede, kurzer Sinn. Nächsten Tag war ich im Baumarkt und musste das dann fixen und habe jetzt zwei Unterlegscheiben drunter und es geht. Aber worauf ich eigentlich hinaus wollte, beim unten überdrehen, also das unten, was ich abgebrochen habe, habe ich währenddessen oben sogar die Schraube überdreht. Also ich habe unten abgerissen und oben überdreht. Und weißt du, was cool ist und witzig ist? Nee. Erzähl. Ich habe den Imbusschlüssel dann da reingesteckt und dann habe ich den E-Guy gemacht. Ich nenne das jetzt immer gerne den E-Guy, weil sich das für mich eingeprägt hat. Ich habe den Schlüssel nicht so reingesteckt, sondern so reingesteckt und so konnte ich die Schraube halten und lösen. Ich habe sie dann weggeschmissen, aber ich habe sie überdreht. Aber volle Rakete. Und weißt du, was noch viel witziger ist? Alles. Nee, bitte. Hau raus. Einen Tag später war ich an meinem Crosstrainer und wollte dort eine Schraube befestigen und auch die habe ich überdreht. Du hast echt ein Problem mit Schrauben, hast du das Gefühl? Ich bin sehr gewaltsam zu Imbusschrauben. Ich möchte das gestehen. Ich bin sehr gewaltsam mit Imbusschrauben. Sehr gewaltsam. Als ich damals meine Lehrer gemacht habe, habe ich mir von Proxon einen grünen Kasten geholt. Da sind auch ganz viele Imbusschrauben oder Insechskantschrauben, Werkzeuge drin. Und die habe ich bis heute. Und bis heute fehlt kein einziges Teil davon. Und nur weil ich es heute gesagt habe, ist das nächste Mal, wenn ich die brauche, fehlen vier Dinge. 100 Pro. Ich habe es jetzt gejinxt. Ich werde dir eine Nachricht schreiben. Mach das. Mach das. So, jetzt aber. Wir switchen jetzt einmal ganz hart zu den User-Setups. Und zwar konntet ihr uns mit dem Hashtag Hardcast-Setup Dinge schicken. Ich denke mal, wir hatten eigentlich angekündigt, wir machen das eine Stunde lang. Ich habe mir, damit wir nicht versehentlich irgendwas in einem Stream sehen, was man hier nicht sehen sollte, habe ich mir mal so ein paar rausgesucht. Und ein paar haben wir uns auch beim letzten Mal schon angeschaut. Und jetzt habe ich hier gerade auf meinem Stream-Deck das erste Mal meine ganzen Szenen angeordnet. Und da haben wir schon das erste Setup vom Drachen. Der Drache. Mein Chaos. Ja, das bleibt so noch eine Weile. Die halbe Bude muss noch renoviert werden. Wie man sich immer schon so schön rechtfertigt dafür. Ja, 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 ja. So müsste man dann eh auch dran. Das Gaming-Setup wird danach wegen VR-Playspace auf das Dachgeschoss bewegt. Ja, wir haben jetzt hier ein System, das sehr zugeschissen ist. Ist doch nicht schlimm eigentlich, oder? Ich finde sowas auch nicht schlimm. Aber was man auf den ersten Blick sieht oder auf den zweiten Blick sieht, der Kenner wird es sofort sehen. Hier scheint auch viel 3D gedruckt zu werden. Das Stream-Deck ist hier in einer eigenen Vorrichtung. Dieselbe Farbe findet sich hier vorne und auch hier nochmal wieder. Ja. Und jetzt habe ich eine Frage. Ist das hier links unten? Ist das Tupperware? Oder ist da was zu essen drin? Oder sind das Schrauben? Oder ist das Gras? Ich frage nur für einen Freund. Entschuldigung. Ich frage nur für einen Freund. Ja, stimmt schon. Okay. Aber es sieht so vollgeklatscht. Ist das gar nicht. Ich frage mich, was das an der Wand ist. Ist das ein Switch, ja? Das wird ein Switch sein, ja. Ich finde die Höhe sehr interessant. Ich auch. Also jetzt mal so die Frage in den Raum. Warum hängt man so ein Gerät so hoch? Also warum muss es da hängen? Hing da vorher da drunter was? Sollte da noch was hin? Oder will man einfach nur die Lämpchen sehen? Vielleicht muss man irgendein Kabel wechseln oder so? Er schreibt gerade im Chat, das wäre Kandiszucker für den Tee. Okay. Akzeptieren wir so? Mhm. Welche Marke ist das von einem Mischbult her? Ist ein Behringer, ne? In schwarz? Ich kann das hier oben gerade nicht sehen. Ich versuche das mal ein bisschen zu vergrößern. Doch, Behringer, tatsächlich, ja. Behringer Pro Mixer DX irgendwas USB. DX 2000 USB. Ich würde mal behaupten, den vertreibt Behringer nicht mehr, ne? Also ich bin bei dem Lineup von Behringer nicht so drin. Aber ja. Warum zwei Mauspads übereinander? Hab ich auch. Warum? Für mehr Platz. Vielleicht ist er manchmal, sitzt er so am Rechner und manchmal sitzt er so am Rechner. Und dann hat er halt bei dem oberen hat er seinen Arm drauf und bei dem anderen kann er dann halt gemütlich so sitzen vorm Dings. Oder zum Schutze des, ähm, sag schnell, des Schreibtisches. Weil das geht und ich liebe die Pads, okay. Und der Switch hängt an der Wand, weil da schon eine Schraube war. Ja, siehst du, ist doch gut. Okay. Okay. Feierlich finde ich gut. Upcycling. Upcycling, beste. Samsung Tablet, VR-Brille, jede Menge Kabelgedüns. Also, zu meiner Linken sieht es hier so ähnlich aus. Nicht mit so viel Technikrimskraft, aber so viel durcheinander. Und hier noch ein Tape und da noch ein Messer und da noch ein Pad. Und hier noch die, ähm, äh, die, 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 äh, Sound von dem, von der Vive. Ja. Ein schönes Lien-Li-Gehäuse auf einem nicht ganz so neuen, der ist so PC aus den 90ern. Das ist wahrscheinlich nur der, der Fuß dafür. Ja, natürlich, klar, damit das Ding nicht auf dem Boden steht. Ja. Ich finde das mit der Farbe hier krass, wenn man hier so reinguckt. Auch hier wieder Wasserkühlung for the win. Ich habe schon mal ein Bild von dem PC gesehen, by the way. Aha, aha. Und hier oben drüber kannst du mir wahrscheinlich besser erklären, was das hier genau dann für Komponenten sind, ne? Ähm, das wird wahrscheinlich der Kompressor sein. Ja, und Equalizer? Wahrscheinlich, ja. Mhm. Kompressor und Equalizer oder sowas in die Richtung. Auch schön, äh, Rack-Mounts gedruckt, 3D gedruckt, schön. Die Rack-Mounts sind 3D gedruckt? Ja. Warum? Hält das, äh, kann, kann, kann das das überhaupt dann tragen? Manga, du kannst aus 3D-Druckern ein scheiß Haus bauen. Ja, wenn du den passenden 3D-Drucker und das richtige Filament oder die richtigen Materialien hast, mit denen du drucken kannst, dann sicherlich schon. Aber so die handelsüblichen auch? Natürlich. Ein sehr spontaner Umbau für VR, da kam das alte Gehäuse nützlich. Okay. Also jetzt mal, jetzt mal ohne Scheiß, Alex, also 3D-Drucker ist eigentlich, das sollte jeder zu Hause haben. Kein Witz. Hast du einen? Nee, noch nicht. Ich finde so Streams, wo man die ganze Zeit jemandem beim 3D-Drucken zuguckt, eher so, also ich habe das für mich so empfunden, jemand aus meiner Bubble, aus meinem Freundeskreis macht genau das. Und ich habe das Gefühl gehabt, das erste halbe Jahr ging es nur darum, den Drucker, den er gekauft hat, so zu pimpen mit nachgedruckten Sachen und mit nachträglichen Erweiterungen und Attachments im weitesten Sinne, um den Drucker besser zu machen. Und es ging nicht darum, etwas zu produzieren, sondern nur das Produkt aufzuwerben. Ja, das macht mein Kumpel auch. Und das ist richtig, richtig geil. Also ich habe noch keine Zeit dafür gehabt, aber sonst hätte ich auch einen. Manga, das ist wirklich ohne Scheiß, Alex, wenn du irgendetwas brauchst, es hat sich irgendjemand schon 3D gedruckt. Und das meine ich wirklich ernst. Also selbst, selbst das da, das würde ich wahrscheinlich in der Produktion, keine Ahnung, 3 Cent gekostet haben. Und du hast... Das Filament? Ja, das kostet nicht viel. Kostet Apple und Nei. Mein Kumpel hat davon, weiß ich nicht, wie viele Rollen zu Hause liegen. Und dann sagt er ja, der lässt das nachts ballern und dann steht er morgens auf und dann hat er sich da... Ja, hier, ein Kilo sind 20 Euro. Das kostet nichts. Manga, ohne Scheiß. Wenn ich die Zeit habe, also bei mir wird das sowieso passieren, aber wenn ich die Zeit habe, irgendwann werde ich mir so ein Ding kaufen und mir so ein Ding hinstellen. Ich liebe die Dinge. Ich bin ganz ehrlich, zwei Sachen halten mich vom 3D-Drucken fern. Erstens dieses, du kaufst dir ein günstigeres Gerät und pimpst es dann. Auf dieses Pimpen habe ich nicht so Bock. Ich bin weit davon entfernt, mir ein Gerät zu kaufen, dann muss es einfach nur einschalten und laufen. Da reden wir nicht drüber. Aber ich habe halt keinen Bock auf dieses, ein halbes Jahr erst mal sich durch alles durchfräsen und quälen und gucken und machen und tun, bis du das hast, womit du zufrieden bist. Weil ich weiß, ich werde nie zufrieden sein. Kannst du dir kaufen. Ja, in dem Fall kannst du dir Glück und Zufriedenheit kaufen. Wie immer. Das werde ich auch machen. Also ich werde mir bestimmt auch, keine Ahnung, für 1.5 so einen Drucker kaufen und dann ist Arschleckenfeuer weg. Stelle ich den irgendwo hin und dann macht er das. Dann stelle ich da noch eine schöne Kamera hin für den Stream und dann kann der Stream immer zugucken, wie der 3D druckt und dann haben wir alle Spaß. Yippie, yippie ja und ich kann mir so eine geilen Sachen basteln. Und das zweite ist dann Lautstärke. Also bisher habe ich das Gefühl, dass 3D-Drucker im privaten Bereich und natürlich auch im gewerblichen eher doch laut sein können. Also ich habe es schon öfter gehört im Chat, dass Leute gesagt haben, ja, mein Nachbar druckt gerade wieder, der geht mir auch mega auf den Sack. Juckt, egal, kommt in den Keller. Mir egal. Mir ist das scheißegal. Wenn eher billige Teile sind. Okay, okay, okay. Wir switchen mal zum nächsten, damit wir heute die, zumindest die ich hier offen habe, gerade so halbwegs durchbekommen, okay? Also schickes Teil, das Gehäuse finde ich ein absolutes Highlight und wir reden nicht über das Kabelmanagement, du willst ja deinen ganzen Raum hier sowieso noch umschrauben. Code Wizard. Das ist der Dude, der die die Software für die Herzmonitors Software, die ich benutze, geschrieben hat. Ich weiß, dass es da schon eine neuere Version von gibt oder eine neuere Version von gibt, die habe ich allerdings nicht. Witziger Dude, der hatte erst hier auf unser Dings reagiert mit einem Link zu seinem Gear und dann habe ich geschickt, da habe ich ihm die Frage aller Fragen gestellt, you know Bilder? Und dann kam hier quasi ein Bild von ihm. Ich würde sagen, was man auf den ersten Blick sieht, ist so dieses klassische, typische Streamer-Layout, ja? Auf der einen Seite Nanoleafs, die einen wahrscheinlich auch komplett selber anleuchten. Ich meine, er hatte das auch irgendwie geschrieben. Mehr Bild-Setup, irgendwelche Arten von Schallschluckmatten im Hintergrund. Hier vorne noch eine Beleuchtung von der rechten Seite, keine Ahnung, würde ich mal so schätzen. Dann das NT1A als Mikrofon mit dem typischen Popschutz. Das GoXLR, zwei Streamdecks. Auf das große Streaming bin ich nach wie vor immer noch ein bisschen neidisch. Das ist das Einzige, was ich hier noch gerne von Sachen Streaming hätte, ne? Das große, auf jeden Fall, ne? Steht rechts im Kommentar. Ja, ja. Die Nanoleafs sind für meine Ausleuchtung im Stream, für mich und den Greenstream, ja. Ich finde ehrlich gesagt, die Nanoleafs, das sieht so ein bisschen, in Anführungszeichen, etwas deplatziert aus. Die Nanoleafs kann man so über die Ecke schrauben, also so ankleben, so wie es jetzt hier so sieht, ne? Also dass die sowohl an der waagerechten als auch an der horizontalen, also an der vertikalen als auch an der waagerechten, also dass die quasi über 90 Grad halt irgendwie gehen. Ich habe das schon bei mehreren Leuten gesehen und bisher fand ich es bei keinem gut aus. Ist nicht mein Ding. Die Nanoleafs, dass die so über die Decke und die Wand laufen, dass die so im 90 Grad Knick haben. Findest du das gut? Nutzen ich den Schreis nicht. Ich finde die Nanoleafs grundsätzlich nicht schlecht. Kritik daran ist ja immer, dass man die sehr teuer findet, also dass ein komplettes Set ein paar hundert Euro sofort kostet und wenn du da halt in eine halbe Wand mit Nanoleafs bestückt bist, geht es mal richtig schnell in die sehr teuer. Dann gibt es einige Clips von Leuten, die die beworben haben, wo es dann von der Wand fällt, weil sie nicht richtig angeklebt haben oder weil die Wand dreckig war oder weil sie es nicht richtig angebracht haben oder sowas. Mittlerweile gibt es ja jede Menge Alternativen dazu. Aber ich habe mich dafür nie interessiert, ehrlich gesagt. Ich auch nicht. Ich habe nur gesehen, dass sie jeder hat und damit waren sie wieder uninteressant. Okay. Also bist du mehr so der Uniqueness-Man? Ich, also was meine Bruder angeht und meinen Stream auf jeden Fall. Sobald irgendeiner irgendwas mir nachmacht, mache ich es neu. Okay. Challenge accepted. Challenge accepted. Nee, ich mag das nicht. Also ich brauche immer so mein Unique-Ding in meinem Stream. Und wenn es nur Licht ist, Kamera ist oder irgend so ein Rumgespiele, das finde ich. Verstehe ich. Und da fällt sowas halt raus. Für mich. Verstehe ich. Ist das das GoXLR? Ja. Nee. Doch. Doch, 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 das GoXLR. Ja, ja, ja. Ist, ist, ist. Ist. Ich glaube dir, ja, ist ja gut. Wir können ja, wir können ja mal, wir können ja mal ganz kurz in seinen Liste irgendwie gucken, weil da steht es nämlich drin. Das ist das GoXLR, ja. Okay. Zweiter Saturn, also Stream-PC, normaler PC, dann sehe ich hier wahrscheinlich eine Logitech 1029 in der Mitte und den wahrscheinlich Elgato Greenscreen zum mal eben hochfahren, ausklappen. Den finde ich nach wie vor gut, aber halt eben ein bisschen zu klein. Ich verstehe, dass man den, die Größe so gewählt hat, dass man den noch gescheit verschicken kann und keine Probleme mit irgendwie dem Standardversand hat, aber der müsste halt 40, 50 Zentimeter breiter sein. Ja, bin ich auch. Und den gibt es ja auch, den gibt es ja auch, nur halt eben nicht mehr zu beaufstellen, sondern an die Wand hängen oder an die Decke schrauben. Den habe ich auch. Auch ein cooles Zeug. Finde ich auch gut, ja. Nächste? Ja. Cool. Animus. Animus. Nix dazu geschrieben, nur hier ein TinyURL-Link noch mit dabei. Hier war ich instant getriggert, als ich das gesehen habe, aber ich lasse dir gerne den Vortritt. Warum? Wegen den unterschiedlichen Monitoren, oder was? Ich habe noch einen Monitor gefunden, den stelle ich einfach mal da hinten auf. Das Ding, das reicht halt aus. Ja, aber das zerstört die Optik. Das muss ja nicht der gleiche Monitor sein, aber der steht halt, weißt du, der steht halt einen Tisch weiter. Das geht nicht. Nein, das geht nicht. wenn er keinen Platz hat. Ja, aber das geht so nicht. Nee, pass mal auf jetzt. Jetzt pass mal auf. Nein, nein, nein. Jetzt hör mir zu. Jetzt hör mir mal zu. Haltung an den Tisch, günstiges Ding, 20, 15. Hör mir zu. Pass auf. Das hier, mein lieber Alex, ist hundertprozentig Upcycling at its best. Irgendwo. Er schreibt gerade, das ist ein Fernseher. Ja, eben. Irgendwo wird er was gefunden haben und hat sich gedacht, ja, scheiße, bevor ich gar keine Streams nebenbei gucken kann, stelle ich da einfach einen Fernseher hin. Und das ist einfach Pfeifat. Das ist Pfeifat, weil der Fernseher, der passt neben die Monitore nicht mehr hin. Das heißt, sein Schreibtisch wäre zu klein. Das heißt wiederum, dass der in der Mitte nicht mehr in der Mitte wäre und er würde nicht in der Mitte sitzen können. Das heißt, er müsste sich wieder ultrahohe Halterungen kaufen. Die Halterung braucht er aber gar nicht, weil er seinen Fernseher da hinten raufstellt, dass es einfach fucking Pfeifat fertig ist. Das ist richtig, das ist Pfeifat. Und das sieht nach einer super simplen Lösung aus, aber wir sehen alle, wie jeder wieder denken würde. Oh, fuck, da muss ich wieder eine neue Halterung kaufen und da muss ich wieder das umstellen, dies, das, ananas und wer war das jetzt genau? Animus? Animus. Ja, Animus dachte sich einfach Pfeifat da hinstellen. Fertig ist. Der ist, ich wette mit dir, Animus ist auch ein bisschen älter schon. Wette ich mit dir. Da ist eine Couch im Zimmer. Also, wenn das mein Fernseher wäre, ich wäre Team Wandhalterung. Ich habe meinen Fernseher auch hier schön in die Ecke quasi angeschraubt, dass man den halt in verschiedene Richtungen drehen kann. Ja, ich würde das mit einer Wandhalterung machen. Ich verstehe das. Ich verstehe das. Du kannst den da hinstellen, keine Frage, aber mich hat das getriggert. Ich habe da nicht gesehen, das ist ein Fernseher. Ich bin davon ausgegangen, das ist ein einzelner Monitor und hey, wenn man nicht will, dann stellt man den halt einfach an den Tisch weiter so ungefähr. Das hat mich wirklich getriggert. Nur weil du verwöhnt der Streamer 32-Zoll-Monitor hast, heißt das nicht, dass Menschen keine 32-Zoll-Fernseher mehr haben? Ich habe keinen einzigen 32-Zoll-Monitor, mein Freund, sondern 27-Zoll-Geräte. Drei Stück. Okay. Ja. Ja. Viel wichtiger ist, dass links unter dem PC-Gehäuse ein Kühlschrank. Nein, das sieht mir wie ein typischer Schubladenschrank hier der Mark Ikea aus. Ich glaube, das könnt ihr jetzt gerade hier nicht so sehen. Aber wir gucken noch mal uns die anderen Bilder mal dazu an. Vielleicht wird das da klar. Also, hier sehen wir die Verkabelung und die typischen Ikea-Regale, von denen ich vielleicht auch eine oder zwei besitze. Ich sehe gerade zufällig, dass die Steckdosenleiste hier auch die einzelnen Schalter hat. Ich habe mir damals auch mal eine gekauft, weil ich meinen, damals in meiner zweiten Wohnung wollte ich die Geräte wie, keine Ahnung, ich hatte ein Solarium. Ich hatte mal irgendwann so einen Tick und ich hatte einen Raum, in dem stand mein Server-Rack und da war noch Platz und da habe ich ein Solarium reingestellt, weil das ist supergeil, im Winter einfach mal sich unter der Höhensonne zu legen. Es ist wirklich geil. So, ne? Und da habe ich mir dann auch so eine Leiste geholt, wo man jeden Schalter einzeln ein- und ausstecken kann, einschalten kann, ohne den Stecker rein und raus zu ziehen. Und das Ding ist, dieses Jahr ist es kaputt gegangen. Die guten Brennstuhlleisten, ich glaube, meine waren nicht von Brennstuhl, aber ja. Reden wir von so einem richtigen Solarium oder so ein Spiel? Ich habe so bei Ebay dann so ein richtiges Solarium gekauft. Das war dann so ein Ding, das war so ein Klopper, das war mehr als zwei Meter lang, 2,40 würde ich schätzen, mit irgendwelchen alten, ausgenudelten Solarium-Leuchten halt irgendwie drin und mein Kumpel meinte dann so, ja, da fragst du mal bei einem richtigen Solarium, wann die die aber austauschen, nimmst du die alten von denen, die sind nämlich immer noch besser als die, die du jetzt hast. Da musst du keine neuen kaufen. Ja, das habe ich gemacht. Das hat geklappt. Easy. Du hast so ein richtig, wo man sich reinlegt und zumacht? Habe ich früher gehabt, ja. Pass, okay, cool. Habe ich früher gehabt, das war so ein Spiel. Ich bin halt eine Zeit lang so anderthalb, zwei Jahre hin, bin ich immer in so, in so, in so, in so Dinge gegangen, damit ich halt mal ein bisschen, ein bisschen die Kellerbräune loswerde und das ist im Winter super geil. Trust me, das ist halt so ein gute Laune-Ding. Ich glaube dir das, aber es ist crazy, dass du halt eins zu Hause hattest. Also, dass das gut ist, weiß ich, das will ich nicht abschreiben. Ich habe dafür bei Ebay bezahlt 30 Euro. Die will halt kein, also die will halt heute auch keine haben, weil die Dinger nehmen halt scheiß viel Platz weg, ziehen dir Strom aus der Steckdose, da lacht ein Overclocker drüber, weißt du? Also nicht andersrum. Also du lachst den Overclocker dann aus, so, ne? So halt, ja. Ähm, ja, und bei dem Bild, ich gehe mal jetzt davon aus, dass das durch die Belichtung von dem Blitz so aussieht, wie es aussieht. Im ersten Moment habe ich gedacht, so, oh fuck, das ist aber ganz schön verstaubt, aber wir kennen das ja alle. Ähm, ist das eine NVMe hier oben? Ja, ne? Äh, Geforce-Grafikkarte, Netzteil, was man bei dem neueren Gehäuse hätte, wäre, dass man hier eine Blende vorhat, dass man gar nicht mehr auf den Kabelsalat so drauf gucken kann. Also Kabelmanagement, Kabelmanagement im PC kannst du aber nochmal dran, ne? Ja, die sieht doch sowieso keiner, steht doch gegen zur Wand hin. Das ist doch scheißegal. Wir müssen doch mal hier ein bisschen kritisch sein. pass auf, es gibt Sachen, da kannst du kritisch sein, wenn du die Scheiße aber eh nicht siehst, warum sollst du da drinnen aufräumen? Weil das Gehäuse ein Fenster hat. So, deshalb. Ja, aber das Gehäuse steht doch zur Wand hin. Ich hätte doch, ich werde wegen jedem Scheiß angemault, ja? So von wegen, warum habe ich meine Schrauben nicht schwarz lackiert? So nach dem Motto. Was ich hier jetzt sagen würde, wäre, wenn du schon ein Gehäuse hast mit Fenster, was du ja nicht brauchst, weil es ja zur Wand hin steht, ja, danke für den Punkt, dann muss dein Kabelmanagement ein bisschen mehr in Ordnung sein. Bitte. Ja, ist okay. Ist okay. Ja, okay. Entschuldigung. Ich bin sehr pragmatisch, was das heißt. Ich mag das halt nicht, wenn Menschen immer so rumdissen wegen so einem Scheiß. Das ist für mich kein Dissen, das ist nur, in diesem Fall ist das absolut, nein, für mich ist das absolut jetzt konstruktive Getränke. Ich meine, das ist ja auch nicht böse. Ich meine, das ist ja auch nicht böse. weil die gucken mal, wie der Rechner da steht, Alex, du kannst nicht mal was sehen, konstruktive Kritik am Arsch, du siehst doch nicht mal irgendwas, was willst du denn da kritisieren? Ob das da drinnen so aussehen oder nicht, ist doch scheißegal. Oder hat dein Nachbar X-Ray Augen und guckt durch die, also Animus, da muss ich jetzt auch mal sagen, Karkarrenmanagement ist jetzt auch nicht so gut, mein Freund, da musst du noch mal ran, du. Animus, das komplette Setup im Doc brauchen wir dich und sich noch mal angucken. Alles gut, alles gut. Ich werde jetzt hier schon wieder so ein bisschen als der Böse hingestellt, ich merke das schon. So, wir müssen ein bisschen Gas geben hier. SH, du bist auch bei mir gerade im Chat, sehe ich. Setup zur Diskussion, weitere Infos zur Pacebin. Okay, zwei Schreibtischlammen, die dich direkt selber anleuchten, das ist das Erste, was ich sehe. Ich nehme mal an, dass hier sehr schwache Leuchtmittel in den Lampen drin sind. Und hier ist mein kleiner Hassgegner, die Logitech Streamcam, die ist bei mir nach einem Jahr kaputt gegangen. Obwohl sie nicht häufig umgefallen ist und wir haben auch extra nicht den Hardware-Fail genannt, indem ich mal eine Webcam erschossen habe mit einer Software-Waffe im Stream auf einer anderen Plattform, die es nicht mehr gibt. Also, eine Sache, da muss ich jetzt kurz wieder ran, ja? Warum zur fucking Hölle stehen eure Drecksrechner alle auf den Tisch? Damit man sie sieht. Ja, und im selben Atem zu kommt immer, oh, mein Schreibtisch ist zu klein. Ich verstehe das nicht. Was da drinne ist so bildschön, dass man das auf den Schreibtisch stellen muss. Also, ich verstehe ja, wenn Menschen sagen, das ist so ein, das ist so ein, so ein Schreibtischlampen-Ding oder so, ne? Aber es nimmt halt unfassbar fucking viel Platz weg. Also, bei mir ist das so, seitdem ich meinen PC nicht mehr auf dem Boden stehen habe, sondern deutlich höher, zieht der fast, also fast keinen Staub mehr. Ne? Sobald du in Bodennähe bist oder auf dem Boden stehen hast, ziehen die halt Staub ohne Ende. Und da kannst du jeden Tag durchsaugen. Du ziehst trotzdem den ganzen, äh, Tagesstaub, nenne ich es jetzt einfach mal so mit rein. Das wäre, das wäre für mich Nummer eins. Nummer zwei ist, also bei mir stehen die bekannterweise ja auch auf so einem Sockel neben dem Schreibtisch. Ich verstehe das aber, dass du sagst, hey, du hast halt nur einen, ich sag jetzt mal Meter 60 Schreibtisch und wenn du da noch den Klotz von Gehäuse da drauf stellst, wirst du halt ein Platzproblem kriegen. Ja, aber wenn du für so eine Kiste zweieinhalb oder mehr bezahlt hast, dann willst du die halt auch sehen. Ne. Hi, was geht? Ich schon. Tschüss. Fertig. Hab gesehen. Ja, wenn du die sehen willst. Also, da kommt jetzt wieder die Tine Wittler in mir raus. Dann mach dir ein Regal an der Wand. Aber doch nicht auf dem Schreibtisch. Jetzt pass mal auf. Du hast wirklich. Okay, okay. Stopp, 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 stopp. Bleiben kurz bei dem Gedanken. Moment. Du hast so einen Counter-Strike-Moment. Ja? Und vielleicht bist du gerade voll im Game drin. Ich wette mit dir, dass sehr viele Leute sehr oft gegen ihre Monitore hauen. Äh, gegen ihre PCs hauen. Hab ich noch nie gemacht. Noch nie. Spielst du Low-Sense oder High-Sense? Äh, ich bin Low-Sense-Spieler. Naja, so dicht wie der da steht, wette ich mit dir, würdest du dreimal gegenhauen. Ich verstehe, ich kann's nicht nachvollziehen. Also denn, wie gesagt, Anne, okay, Wand und jetzt kommt dein Punkt. Jetzt mal die Frage, wie kommst du denn auf, äh, du hast einen Counter-Strike-Moment, äh, äh, da drauf, dass man, weil du einen Counter-Strike-Moment hast, haust du gegen den Computer? Nee, weil du, weil du, weil du vielleicht einen Harden-180 machen musst. Ach so. Ja. Und dann hast du vielleicht den Moment, also nicht aus Wut, sondern weil du halt viel Platz brauchst in dem Moment. So, und das ist doch dort nicht gegeben. Das Ding ist halt, na gut, was sag ich dir? Mein Schreibtisch ist 2,85 Meter breit. Hier kommt kein PC auf den Tisch. Ich möchte gerne Platz haben und den, die Sachen nicht auf den Tisch. Ich kann verstehen, dass Menschen das sehen möchten. Also das kann ich absolut nachvollziehen. Aber der macht dir die Scheiße doch an der Wand. Ich verstehe nicht, warum Menschen nicht endlich lernen, vertikal zu denken. Sie denken immer nur horizontal. Und das da verbraucht so viel Platz auf deinem Schreibtisch. Wir spinnen deinen Gedanken jetzt mal eben kurz weiter. Ja. Oh, ich schraube den Computer auf ein, äh, auf ein Regal an die Wand, über den Monitoren oder rechts da, wo der PC sowieso schon steht. Ja. Oh, ich muss kurz irgendeine Kleinigkeit an dem PC dran. Ups, geht ja gar nicht, weil da ist ja der ganze Schreibtisch im Weg. Fuck, ja, was machen wir denn jetzt? Klettern? Als ob du... Das geht nicht immer. Das geht doch nicht immer. Was willst du mir denn jetzt hier gerade erzählen für ein Kokolores? Da drehst du zwei Schrauben hinten ab, machst die Wand auf und kannst reingreifen. Und weißt du, was das Geile daran ist? Du stehst und musst nicht unter den Tisch kriechen, sondern du stehst und greifst einfach oben rein auf Augenhöhe. Was übrigens Arbeitshöhe ist, by the way. Arbeitshöhe. So. Jetzt bitte nehmen Sie wieder Platz, ja? Das ist nicht so eine Diskussion. Erstmal, wenn der Computer so steht, wie er hier steht, dann muss ich gar nicht krabbeln, weil die Idee mit unter den Schreibtisch ist ja deine Scheißidee, wo wir den ganzen Staub wieder reinziehen oder an die Wand schrauben. Das macht fucking viel Aufwand. Okay. Hast du mal geschaut, was ein Gehäuse kostet, was man direkt an die Wand anschrauben kann? Die gibt's ja auch, so Open Racks und sowas, ne? Ja, da kommst du, du kommst nicht überall immer dran. Da ist erstens mal der Monitor im Weg, weil der schräg davor steht. Das heißt, du musst dich da wieder halb durchwühlen, bis du überhaupt in deinen Rechner kommst. Am Ende des Tages steht der oben drüber, bist du schneller dran. Sag ich dir jetzt schon, weil der Monitor ist schräg davor. Das heißt, du musst irgendwie hinter den Monitor dödeln, währenddessen du hinter den Monitor dödelst, musst du an die untere Schraube ran. Das heißt, du musst schon wieder deinen Monitor drehen. Das heißt, du wirst wahrscheinlich in deinem Bewegungsdrang, den du gerade hast, ständig gegen den Monitor gegenrammeln. Das da ist Quatsch. Es tut mir leid. Ey, ich sitz bei Jen zum Beispiel, schöne Grüße an Jen. Die sitzt an einem Schreibtisch, der ist 1,60 Meter und dann stellt die sich dieses riesen Hightech-Gamer-Ding dahin, nur weil das bunt leuchtet und du sitzt da halt, als wenn du in einem scheiß Käfig sitzt. Ich verstehe es nicht. Kauf dir ein fucking Egal im Baumarkt, das kostet 20 Euro, hämmer dir ein paar Dübel in die Wand. Es ist auch egal, ob da Dings, wie heißt diese Scheiße, Rehgipswände sind, da gibt es auch Dübel für, da kannst du dich ranhängen und dann stell das an eine Wand und dann kannst du es sehen. Die ganze Zeit kannst du es dir angucken. So, wenn du natürlich 2,85 Meter Schreibtisch hast, dann ist das ja egal. Aber das würde ich nicht machen. Ich verstehe es nicht. Ich bin da so ein Fein von, dass Menschen das nicht einfach an der Wand pappen. Aber das Büro ist schön, by the way. Das ist wirklich schön. Das ist ein tolles Büro. Stehst du auf diese Kombination der verschiedenen Holzfarbtöne mit dem Kaffee an der rechten Wand und dem Grau auf der hinteren Wand? Ich finde das echt schön farblich. Es bricht so dieses einheitliche Bild. Das finde ich toll. Ich finde, was man hier auf dem Bild nicht so gut sieht, ist diese indirekte Beleuchtung. Also sprich, die Leuchtmittel zeigen hier nicht nach unten, sondern nach oben und leuchten hier in dem Bild zumindest. Wahrscheinlich kann man sie auch nach unten einschalten. Nur die oberen Wand an. Dadurch hast du ein viel angenehmeres Licht. Das ist nicht so grell. Das finde ich gut. Das ist wirklich ein sehr schönes Büro. Übrigens, das Zeug heißt Rehgips. Rehgips wäre echt schwer für Veganer. Wir haben noch ein zweites Bild und ein drittes glaube ich auch. Erkennst du das Mikrofon? Rode Podcaster ist das glaube ich, würde ich sagen. Jetzt so stehgreif. Ja, entweder das Rode Podcaster oder vielleicht sogar das Elektro-Voice, oder? Nee, das Rode Podcaster. Weil das Rode Podcaster ist ein bisschen matter als das, was du hast. Du hast glänzend. Das ist Rode Podcaster. Das stimmt. Das stimmt. Procaster, schreibt der Chat gerade. Oder Procaster, Entschuldigung. Ja, es ist das Gleiche. Womit ich nicht klarkäme, von wegen Low Sands und so weiter, das Mauspad, das ist für mich so groß wie eine Briefmarke. Also ja, hier Rocket Taito ist das. Unverwüstbar, ne? Das ist mal nicht so ein Gummimauspad. Aber das ist für mich viel zu klein. Ja, das ist High-Sense-Spieler. Wahrscheinlich. Ja, er hat davon ja schon geschrieben. Ich bin sehr neidisch auf seinen Soundverteiler für die Kopfhörer. Finde ich cool. Hätte ich auch gerne nochmal irgendwann einen, aber ich habe keinen Platz mehr in meinem Rack. Ich meine, es ist voll. Aber brauchst du verschiedene Kopfhörer? Ja. Da drüben hängen ein paar Kopfhörer, hier hängen ein paar Kopfhörer und ich habe leider keinen Ausgang mehr für Gäste. Falls mal irgendjemand hier ist. Also bei mir, ich brauche ja auch keine zwei Mikrofone mehr, weil ich habe ja da drüben eins und hier auch eins. Also man kann sich zusammen an Schreibtisch setzen und hier ist alles schon vorbereitet. Ja, verstehe ich, verstehe ich. So, und dann drehen wir uns einmal 90 Grad nach rechts und ups, wir haben eine Office-Umgebung. Hier stehen auch wieder zwei PCs mit zwei Monitore. Ich weiß jetzt nicht, warum jetzt hier zwei PCs stehen, aber ja. Server vielleicht oder so? Möglich, aber das hier sind ganz normale Desktops, also ich sage mal eher unwahrscheinlich. Kannst du Dizzy sagen, Mackie HM400 für 150 Tacken das Ding? Ja, ich weiß, also danke, ich habe schon einen gefunden, aber ich habe keinen Platz mehr in meinem Rack. Das ist voll. Oh nein, musst du ein neues Rack kaufen? Nee, das geht nicht, Alex, weil ich habe nur, also wirklich, warte ich halt kurz die Hände ran, ich habe nur noch so viel Platz unterm Schreibtisch. Ich habe schon ein großes, also ich habe wirklich ein sehr großes schon. Aber das Problem ist, halt, dass das Mischpult ein bisschen größer geworden ist als geplant. Ja, schade. Wie sieht denn das aus an deiner Wand? Kannst du das Rack nicht an die Wand hängen? Kannst du es vielleicht 3D drucken? Ich sehe dich schon einen 3D-Druck machen von einem Ding für deinen Kopfhörerverteiler an deiner Wand. Ja, das Problem ist, aber ich könnte es nicht einlassen und das wäre dann nicht schön. Ich möchte es ja eingelassen haben. Also, aber vielleicht kriege ich das noch hin, dass es runterhängt irgendwo, also von oben so reinlassen. Da sehe ich mich. Keine Sorge, das mit dem Runterhängen macht das verstehe ich, aber weißt du, die haben auch schon so immer gehangen. Die O-W-M. Rauschige! Kryptonit! Whitey's Welt, hallo. Schönes, großes Mauspad. Ich mag diese übergroßen Mauspads. Also, mein Mauspad ist 1,60 Meter breit, also, aber ich mag diese Mauspads, auf denen die Tastatur und halt eben die Maus noch drauf ist. Streamdeck, ähm, ist hier ein, ist hier ein, ist hier ein, äh, Echo Dot, glaube ich, ne? Darf ich kurz was sagen? Ja, bitte. Das Mauspad ist zu klein. Danke an euch alle. Für mich ist das auch zu klein, aber ich finde, es passt hier gut rein. Ja, das auf jeden Fall. Was möchtest du nochmal zu dem Mischpult sagen? Ich habe das gerade nicht so ganz verstanden. Es ist Rauschinger. Also, ich denke, dass ich das richtig sehe, dass es ein B-Ringer-Mischpult ist und zwar so ein Xenie oder wie die Dinger heißen und die sind echt nicht cool. Ich mag den auch nicht gerne. Was halt witzig ist, da unten liegt ein T300, glaube ich, von Fastmaster. Ich glaube, das wurde extra nochmal kurz abgeschraubt. Ich finde den kleinen Monitor oben geil. Ist das ein Monitor oder ist das ein Tablet? Also, hier hängt, äh, hier hängt auch ein USB-Stick dran. Also, es kann ein Tablet sein. Aber dann wäre es, wenn es ein Tablet wäre, dann wäre es ein iPad Pro in der Größe. Es gibt keine Tablets, die so groß sind, außer das iPad Pro, glaube ich. Und Surface. G-27 von Surface. Ein Surface. Ja, von Surface rede ich gerade nicht. Tablet. Also, er schreibt, äh, G-27 von Logitech unten und, äh, oben ist ein Surface. Tatsächlich ein Surface, ja? Mhm. Habe ich auch mal überlegt, ob ich mir so ein Ding mal kaufe. Aber da ist Windows drauf. Da ist Windows drauf, das ist korrekt. Ja. Aber schönes, schönes Ding, finde ich gut. Ich finde das witzig, das hier, also witzig im positiven Sinne, ähm, dass hier, dass hier quasi alle Monitore und alle Geräte so von dem, äh, von dem Schreibtisch abgehoben sind. Also, weißt du, was ich meine? Also, kein Gerät steht hier wirklich drauf. Die fliegen quasi, die schweben, das finde ich gut. Ja, finde ich auch schön. Unabhängig von dem Kabelmanagement, über das wir nicht reden, weil sonst kriege ich wieder Ärger. Ja. Okay. Wofür wird die Küchenrolle links benutzt? Natürlich, um die Monitore sauber zu machen und zum Fappen. Woran merkt man, dass es mein Zuschauer ist? Die Küchenrolle auf dem Tisch. Und schämt sich nicht dafür. Was ist das für ein Gehäuse? Das ist ein cooler Master, ne? Denke ich auch, ja. So in der Richtung. Ja, und dann halt, äh, Schreibtisch. Ich glaube, das ist von denen, die wir gesehen haben, einer der älteren Schreibtische. Na, hier so mit so einer Ecke noch irgendwie angesetzt, wahrscheinlich im Laufe der Zeit. Einmal so eine, so eine L-Situation. Ich hatte, ich hatte immer Probleme mit diesen L-Tischen. So, das war irgendwie, die passen bei mir nie so richtig rein in meine Buden. Also, so vom Platz her so. Ja, ich hatte, vorher hatte ich auch mal einen, aber... Ja. Okay. Okay. Müssen uns ein bisschen ranhalten, ne? Wir sind gleich schon wieder mit der Zeit durch. Ja. Lümminken. Wenn es um Setup-Fotos geht, bin ich immer dabei. Lümminken hat ein schönes Setup. Das sieht sehr clean aus. Lümminken hat eben gerade noch im Chat geschrieben, dass er Platz hat auf seinem Schreibtisch und dann kommt so eine Enttäuschung da. Lümminken, ich hab dich echt lieb, aber das ist eine Enttäuschung, das ist kein großer Schreibtisch. Ist das, steht das Setup mitten in deinem Wohnzimmer? Also, hier sieht man, glaube ich, so eine Surroundbox in der Ecke und dann so eine Sofa-Ecke hier irgendwie. Ja, sieht so aus, ne? Mhm. Dann hier der typische Stromverteiler, ne? Zum einen ausschalten. Das ist echt sinnvoll. Also, das ist wirklich sinnvoll. ein DBX-286S wahrscheinlich, zwei Kopfhörer, ein Wireless, ein, ne, sind beides wired. Ist einfach nur ein Kopfhörer-Ständer hier. Ha, Ständer. Ich möchte, ich möchte mich ganz kurz, einfach, ich möchte kurz auf die Kacke hauen. Thank me later für diese Steckdosenleiste, die hab ich eingeführt. Thank me later. Das stimmt, ja. Die erste Version, die nennt sich, glaub ich, Ibiza, ne? Ja, Ibiza. Hab ich auch noch, funktioniert auch noch. Ich benutze die immer noch, ja. Ja, die ist gut. Ich hab doch letztes Mal erzählt, dass mir einer von diesen Schaltern mittlerweile kaputt ist, ne? Ja. Ist er nicht. Nee. Vielleicht sollte man, wenn man das Ding durch die Gegend schiebt, sollte man vielleicht drauf achten, dass die Kabel nicht unter Zug stehen und eins der Kabel dann so leicht rausgezogen wurde auf der Rückseite. Ich hab's selbst gemerkt. Okay. Hier ist ne Kleinigkeit, das muss ich mal im kurzen Fall grössern. Hier ist ein Kopfhörerverteiler. Hier. Da kannst du 6.3 anschließen. Ja. Bis zu 4 Geräte, einzelne ansteuern. Ist total super, wenn du Besuch hast, wenn du auf brutale Lautstärke stehst, aber dein Besuch eher nicht, kann man das einzeln einstellen. Ich hab auch eins von solchen Teilen, meins hat allerdings so ein typisches Massefehlerproblem, also das surrt leider die ganze Zeit minimal. Das ist dasselbe, was vor zwei Setups auf dem Tisch quer fürs Rack war. Ja. Was man hier vermuten würde, ist, dass hier ein Loch in dem Tisch ist und da kommen dann diverse Kabel rein und raus. Also die Tastatur hat kein ausgehendes Kabel nach links, rechts, oben, unten. Genauso wie das GoXLR und vielleicht sogar ein induktives Ladegerät für das Handy. Das ist es, da ist ein Kabel drin, ja. Ja. Schön. Das ist eine tolle Ecke. Also habe ich letztens auch schon gesehen. Das hat Lemek auch schon nochmal gepostet. Ich bin ja schon ein bisschen neidisch auf das GoXLR, ne? Ich überhaupt nicht. Wenn ich dein Audio-Setup hätte, wäre ich da auch nicht neidisch drauf, weil du natürlich wesentlich mehr Möglichkeiten hast, keine Frage, aber das GoXLR finde ich schon gut. Ich sage gerade bei, ja, erst bei mir im Chat, kannst du mir sagen, kannst du mir sagen, wofür du drei Kopfhörer benutzt? Machst du irgendwas mit Sound so, dass du verschiedene, oder geht es einfach nur darum, was man mit mehreren Leuten hören kann, ohne dass die Nachbarn das nachzuhören? Für den, ach so, für den Flex, ja, okay. Danke. Dann bist du, dann bist du hier genau richtig. Für den Flex ist es immer gut. Ja. Guck mal hier, sogar ein Display im Gehäuse, Temperaturen und so. Ja. Schön. Das ist schön, das ist wirklich schön, ja. Das Cross-Air-Mainboard ist hier drauf, nämlich an, großes Reservoir, ein bisschen, wieder das typische Wasserkühlungsthema, da bin ich komplett raus. Das ist ein kleines Reservoir? Ja, das ist ein kleines, Entschuldigung bitte, Entschuldigung bitte, Entschuldigung bitte. Ja, ich möchte nicht, dass die Zuschauerschaft dich nachher köpft und sagt, du hast keine Ahnung, deswegen, ich helfe dir einfach schnell. Ich, ich habe von, von, äh, kompakt, von Wasserkühlung keine Ahnung. Naja, deswegen helfe ich dir doch schnell. Ist voll nett von dir, danke. Oh Gott, noch mehr Bilder. Ich möchte kurz, ich möchte ganz kurz noch mal was sagen, niemand in meinem Chat urteilt darüber, ob es bei irgendjemandem hässlich oder nicht hässlich ist. Weil, wenn derjenige das schon teilt, dann ist man bitte mal so fair und, äh, akzeptiert das und nimmt das so hin. Ob du das hässlich findest oder nicht, kann dir scheißegal sein, weil in deiner Wohnung soll es aussehen, wie es dir, und, ne, ihr versteht, worauf ich hinaus will. Respektiert das bitte. Danke. Oh, schöner Block oben drauf. Aber es ist Soft-Tubing, ne, ja. Es ist Soft-Tubing, ja. Also, wenn das Hard-Tubing wäre, dann Respekt. Oh, ja. Oh, sogar mit zwei Radis noch drin, sogar. Schön, schön. Das ist schön. Vertikal eingebaute Grafikkarte. Hier verstehe ich jetzt, ja, für den Flex, ne, die Grafikkarte vertikal einbauen. Nee, weil die schwer sind. Die sind wirklich schwer, die hängen durch, irgendwann. Also, meine hat auch irgendwann so leichten Dings gemacht. Also, ich hab meine auch hochkant, äh, reingesetzt, irgendwann. Die sind wirklich schwer, Alex, also schwerer als normal. Hm, ja klar, Flüssigkeit und so weiter, ne? Ja, dann hängt die nachher irgendwann so durch. Also, vertikal einbauen ist gar nicht so unclever dann. Geil. Das ist schon wieder 10 von 10. Außen, günstige Office-Monitore in der Mitte der Teure. Das sowieso. Mega, sehr gut. Hier sieht man dann auch nochmal die Bohrung in dem, äh, in dem Schreibtisch. Ja. Die nicht mittig ist. Was? Was ist nicht mittig? Die Bohrung? Ich würde behaupten, dass die aus der Perspektive, äh, weiter, aus diesem Bild weiter rechts ist, weil das, weil das dann mittig vor dem Monitor ist. Der Monitor ist aber nicht mittig, weil der Computer auf dem Tisch steht. Richtig. Ach, guck mal, VS Setup auch noch. Also, deswegen ist es ja mittig. Mittig vom Monitor. Ja, am besten ist es, also, oh, Kasten Spezi im Hintergrund. Ja, ja. Zwei Kästen. Wo habt ihr euch das bloß, zwei Kästen sogar, ja, wo habt ihr euch das bloß abgeschaut? Kabelmanagement finde ich auf jeden Fall gut, ja. Noch mehr Bilder. Schön. Gut. Ist gut versteckt, ja. Ich meine, wenn du, wenn du unter so einen PC schaust oder so einen Tisch schaust, du wirst, wenn du da die Kabel herziehst, ja, die kann man komplett verstecken, aber why? Wie du vorhin schon sagtest, in einem geschlossenen Gehäuse guckt ja eh keiner rein, wenn es dann auch noch zur Wand steht, quasi. Tisch nicht höhenverstellbar würde mich triggern, ja. Warum? Das ist doch jedem selbst so belassen. Nee, nein, ich habe das nur aus dem Chat gerade vorgelesen, einfach nur, weil es wieder so... die gute alte Ikea-Kabelwannen. Ich auch. Finde ich schön. Finde ich sehr gut. Ey, schickst du uns jetzt? Ja, Lümbäcken hat sich halt mal ein bisschen Mühe gegeben für sein Office. Ich finde es so krass, dass jeder, aber auch wirklich jeder einen größeren Fernseher hat als ich. Was für Fernseher hast du denn? 40 Zoll Kinderfernseher von 2000, weiß ich nicht. Ich habe meinen Fernseher gerade erst verkauft, weil er kaputt gegangen ist. Von 2012. Schönes Zimmer, Lümbäcken, sieht gut aus. Freier, ich finde es gut. Das ist ein schöner Raum. Ach so, hier, bei Dynamik DT 770, 250 Ohm, bei Dynamik DT 880, bei Dynamik MMX 300. Okay. Okay. Schick. Was haben wir jetzt noch? Wir haben noch drei. Yezibu, Yezibu Gaming. Alles schön low budget, schreibt er. Ist das ein AUNA-Mikrofon? Ich bin nicht ganz sicher. Weiß ich nicht. Kann ich nicht sagen? Bei den Mikros bin ich auch komplett raus. Logitech C29, irgendwas in der Richtung. Hier fand ich, ich habe das Bild ja vorher schon gesehen, hier fand ich es interessant, dass auf der einen Seite hier so eine Neva-Leuchte, die einen anleuchtet und dann eine typische Schreibtischlampe mit diesem Schwanenhals, die dann das Ganze nach oben anleuchtet. Und wenn ich das gerade richtig sehe, ist der Hauptmonitor, ist der glänzt der? Gleer? Ja. Okay. Das wird mich triggern, wenn ich ehrlich bin. Aber ich glaube, das ist auch so ein komplett PC, ein Gehäuse-Ding, oder? Ne, unten links steht der Rechner. Der Rechner steht oben links. Aber was ist das denn hier? Ich habe so einen Monitor noch nie gesehen, ehrlich gesagt. Vielleicht ist es ein Fernseher? Ein alter oder so? Ist nur ein Monitor. Okay. Okay. Dann wieder das Taito-Mauspad, auch wieder unverwüstbar. Ich habe noch so ein altes von Rocket. So dieses Teil, was damals komplett aus Gummi war und so vier, fünf Millimeter dick. Da kannst du mit dem Auto drüber fahren, da passiert gar nichts. Da kannst du mit dem LKW drüber fahren. Du kannst auf der Autobahn mit dem LKW wieder auf diesem Ding bremsen und das ist egal. Nach dem Atomkrieg bleiben diese Mauspids übrig. Wirklich. Aber Rocket hat die nicht mehr im Programm. Sehr, sehr schade. Ja. Achso, genau. Das Bild habe ich auch schon gesehen. Das ist das einzige Setup, das wir heute haben, bei dem die Anschlüsse nach oben rausgehen. Also ist das Mainboard, sagen wir, 90 Grad gedreht und sämtliche Anschlüsse, ob Grafikkarte oder Netzwerk, dies, das und so weiter, gehen nach oben raus. Das finde ich super interessant. Finde ich. Die Kabel werden dadurch ein bisschen einfacher zugänglich. Nachteil ist, natürlich von oben kommt ja auch Staub dran. Das heißt also, von oben kann eher Staub reinkommen. Pro Contra, ne? Man hat eher Korkbohnen. Sieht so aus, ja. Warum? Wie geil ist das denn, Alter? Das gab es schon seit Ewigkeiten. Also ein Onkel von mir hat das an der Wand. Da fand ich das früher immer so ein bisschen, das hatte sowas, also an der Wand finde ich, hat das sowas von einem Porno-Keller. Ich weiß aber nicht, warum. Das ist irgendwie so eine Assoziation in meinem Kopf. Ey, wie geil ist das denn? Korkboden wäre ja mega. Weißt du, wie geil das an den Füßen ist, ey? Boah. Das ist ja, da muss ich mal Test gehen. Wir haben in der Werbefirma mal so eine Firma, also wir haben in der Werbetechnikerbude haben wir mal so eine, so eine Korkladen quasi beschriftet. Also da gibt es quasi alles von, ja? Das ist ja richtig geil. Kenn ich gar nicht, hab ich noch nie gesehen. Schön. War im Haus verlegt. Voll gemütlich. Okay. Finde ich auch schön. Mehr haben wir gar nicht. Das besteht nur aus diesen zwei, äh, aus diesen zwei, äh, einzelnen Teilen. Das ist ein schönes Setup. Finde ich gut. Simpel, ne? Ja, simpel, einfach, schlicht, schön. Ich habe, ich habe eine Frage, was ist dieses Weiße hier? Okay, das klingt, also ohne Kontext klingt so eine Frage komisch. Was ist das? Das ist eine Ladestation. Das ist ein Handy oder so. Eine QI-Ladestation vielleicht? Ja. Und dann irgendwie was drunter gelegt, damit das nicht an den Monitor kommt? Hm, Handy, Lade, Pad, Elektivladestation. Ja, okay. Okay. So. Zwei noch. Äh, Sascha, Hoffipoffi90. Ah, da mache ich auch mal mit. hier. Ich weiß nicht, wie du das siehst. Jeder soll auf seinem Schreibtisch machen, was er will, aber wenn ich eine, wenn ich, wenn ich eine Box senkrecht, also wenn ich eine, wenn ich eine Box aufrecht stehen habe, dann muss die andere bei mir auch aufrecht stehen. also ich klatsche, weil da mal wieder jemand Zero-Fix gegeben hat und einfach das genommen hat, was er hat und das Beste draus gemacht hat. Und das feiere ich. Das feiere ich, wenn Leute einfach hier in Stil brechen und sagen, ey, wisst ihr was, passt halt nirgendwo anders hin, dann lege ich die halt hin. I don't give a shit. Okay, Nils, schauen Sie, wir haben hier eine Monitorhalterung in der Mitte, an der aller Wahrscheinlichkeit beide Monitore angeschlossen sind. Ja. Dann hat man irgendwann gemerkt, oh, die Kamera möchte ich nicht zu hoch haben, wenn ich meine Kamera zu hoch ausrichte, dann sieht das komisch aus, weil mir die Leute immer nur die ganze Zeit auf die Stirn und auf meine Haare schauen. Ja. Also muss sie wieder ein bisschen tiefer runter. Ja, ja. Dann sehen wir hier, ist mir gerade erst aufgefallen, dieses Philips Hue Beleuchtungsdingens. Ich weiß nicht, wie das Ding heißt. Du weißt das wahrscheinlich sofort wieder. Play. Irgendwie sowas, ne? Ja. Chat sagt, beide hinlegen in der Mitte höher. Warum? Weil das optisch, weil das harmonisch aussieht, weil das aussieht, als wenn es so sein soll. Das ist doch jetzt auch harmonisch. Das nennt man Stilbruch. Ja, was denn? Links ist low, rechts ist ho. Fertig. Ist doch cool. Ist doch geil. Scheiß mal auf Symmetrie. So 2021 ist das Jahr, wo jeder sein kann, was er will. Und dann kann auch jeder seins machen auf dem Schreibtisch. Ich finde das geil. Symmetrie ist Wohlfühlen. Symmetrie ist Liebe. Ja, ey, wenn es danach geht, mein oberer Monitor hängt zehn Zentimeter zu weit links. Der muss da halt, der hängt schräg nach da weg. Ah, erfüllt sein Zweck. Okay. Das ist, glaube ich, dein, das ist dein Rack. Ja. Ist hier oben drauf Audio-Converter? Ja, das ist mein Zuschauer. Kappa. Der hat das clever gemacht. Das rauscht nicht mehr. Aber ist das kleine Mischpult von meinem, finde ich gut. Finde ich gut. Also es ist schön, dass jemand zu Hause da Wert drauf liegt. Endlich ist mal ein normaler Mensch mit einem Schreien, PC unter dem Tisch. Der ist auch sauber übrigens. Finde ich schön. Wenn ich den Platz habe, würde mich das triggern, dass, wenn ich unter den Schreibtisch rolle, also ich, ich mensprede jetzt nicht bei der Gelegenheit oder so, aber ich habe bei mir recht früh gemerkt, ich hatte auch früher meine Computer links und rechts neben meinen Beinen stehen und das, also ich bin, ich gehe es zu Kuleas relativ wenig oben rum, aber unten rum anscheinend doch sehr viel. Finde ich gut. Ist halt so. Ich musste meine auch weiter auseinander bauen, ja, aber verstehe ich. Wäre mir auch ein bisschen zu knapp. Aber auch hier wieder, wenn du den Platz halt nicht hast in der Bude, weil du hast halt nur den Raum, wo du den Scheiß hinstellen kannst, dann musst du halt irgendwie klarkommen. Und dann könntest du jetzt wieder sagen, ich schraubt noch an die Wand. Aber das macht Aufwand. Ey, das Ding ist halt, seitdem ich Katzen habe, denke ich vertikal. Und Menschen denken nie vertikal, aber du hast so viel Platz in die Vertikale, weil das keine, also, Regal an der Wand und Abfahrt. Kannst die ganze Häuser... Hier links steht ein Kratzbaum. Ja, da ist auch eine Katze. Ich glaube, man sieht ein bisschen die Katze da links, wenn ich mir nicht über dem Stuhl das Stückchen da, oder? Bin ich sicher. Ich glaube. Oder? Nee, nee, da liegt irgendwie ein Kabel drauf. Ich glaube auch nicht, ne? Nee, ist keine Katze, ne? Okay, was haben wir denn? Okay. So, letzte für heute. Aber jetzt wirklich letzte. Wir haben schon wieder eine Viertelstunde überzogen. Wollt ihr auch alle langsam, keine Ahnung, Dinge machen oder so? Okay. Wir haben sogar ein Video. Warte, warte, wir haben sogar ein Video. Bevor wir uns das Video anschauen. Ich habe noch nie ein Mauspub mit so einem Cutout gehabt. Hier. Dass man halt quasi hier einen Monitor dazwischen stellen kann. Weil ein Monitor-Standfuß nimmt ja immer Platz weg oder sowas in der Richtung. Scheint auch eins von diesen 80er, 90er-Breite Mauspads halt irgendwo zu sein. Vielleicht ist es für diese Pro-Gamer, die ihre Monitore sehr dicht stellen. Dafür ist das gedacht bestimmt, denke ich. Wahrscheinlich, ja, wahrscheinlich, ja. Habe ich aber so noch nicht gesehen. Verrückt. Crazy. So, wir gucken uns am besten erstmal das Video an. Ich glaube, obwohl, Moment. Ah, diese Twitter-Videos, die sind also von der Qualität echt scheiße. Ja, da muss noch was gemacht werden. Da liebt jemand seinen Raum. Da liebt jemand seinen Raum. Find ich schön. Komplett eingerichtet, ne? Das ist echt schön. Da kommt noch eine Vitrine ins Bild, glaube ich. Ja. Gamecube. Jo. Wii. Ich glaube, der mag Nintendo. Ich bin mir aber noch nicht so sicher. Ja, ja, not sure. Ach so, seine Kamera ist auf dem Slider drauf. Ach so. Das ist quasi, das ist quasi wie bei Lost mit dem Slider. Fancy. Das ist geschickt gemacht, weil man das hier auf dem, auf dem ersten Bild auch gar nicht sieht. Ja, deswegen. Wäre witzig gewesen, hätten wir das gesehen so, Da hätten wir sagen können, Oh, schau mal. Achterbahn. Betriebsgeheimnis. Ich glaube, das ist ein Betriebsgeheimnis. Ach, come on. Come on, aber das ist leider die, Kamera ist leider Amazon. Wow, jeder hat so ein Betriebsgeheimnis. Ich kritisiere sowas nicht mehr, weil wenn jemand das nicht verraten möchte, was er da hat, dann ist das sein gutes Recht. Betriebsgeheimnis. Sharing is caring, yo, aber manchmal Never Kameraslider. Steht sogar da, ja. Nehmen wir den einen Meter breiten oder einen Meter zwanzig? Ja, ne? Wir nehmen direkt, ach komm, wir nehmen den hier, das ist mal einen Meter. 300 Tag. Ja. Ist ein nettes Gimmick, aber finde ich im Live-Betrieb jetzt nicht zwingend notwendig. Ich finde bei vielen, also jetzt, ich meine das absolut, also ich meine das nicht disrespektvoll oder irgendwie sowas, ich finde viele von den, viele von den Sachen, die man bei OBS machen kann oder auch hier mit so einem, mit so einem Kameraslider machen kann, das sind coole Effekte, aber viele Effekte nutzen sich nach ein paar Mal, benutzen halt auch schnell ab. So, genauso wie wenn du solche, weiß ich, solche Stinger Transitions benutzt, die sehr aufwendig sind und schaltest aber schnell, viel, häufig deine Szene hin und her. Wenn ich Stinger Transitions benutzen würde, würden Leute mir deabonnieren, weil ich halt einfach so häufig meine Szenen immer switche, dass das super nervig wäre. Aber benutzt du nur selten und man sieht ja am Abend vielleicht drei, vier, fünf Mal oder sowas, passt das wieder super rein und das sieht auch sehr professionell aus. Ja. Und bei dem Kameraslider habe ich das, das habe ich damals, ja genau, bei Lost habe ich das zuerst, glaube ich, gesehen. Nee, bei einem Ami. Bei einem Ami habe ich das zuerst gesehen, dann auch bei Lost habe ich auch erst gedacht, so, oh, das hat mal einen cooler Effekt, das könnte man ja dann auch noch in irgendeine Condition knüpfen, so, keine Ahnung, wenn jemand das auslösen will oder sowas. Da habe ich ja gedacht so, ja, das machst du dann dreimal und dann ist es auch irgendwie wieder ein bisschen langweilig und dafür 300 Tacken ausgeben. Aber schön. Dem einen gefällt es, dem anderen nicht. So sage ich das immer. Und ich gehe mal davon aus, dass, war es Yoshi ja, ne? Ja. Yoshi ja. Ich denke mal, Yoshi wird da schon ein Fan von sein, sonst hätte er es ja nicht gemacht. Ja klar, ist ja auch ein cooler Effekt, keine Frage. Na klar. Finde ich gut, Yoshi. Schönes Zimmer. Das waren alle für heute, die ich aus dem Hashtag rausgesucht habe. Ja. Dann müssen wir wohl nochmal eine Episode machen und dann nachreichen. Ah nein, schon wieder? Ja klar, dann können wir uns endlich mal über Kabelmanagement unterhalten. Ach so. Oder ob Menschen ihre Computer mal an die Wand hängen oder so. oder ob sie sie weiter auf den Tisch stellen. Oder ob man Katzen auf den Tisch haben sollte, einfach um die Stimmung zu drücken, währenddessen man Tschüss sagt und einfach das kleine süße Baby so in die Kamera heilen. Das ist auch eine Möglichkeit. Also ich muss ganz ehrlich sagen, das war eine schöne Episode heute, Alex. Das hat mir sehr gut gefallen. Ich habe übrigens sehr schöne Nachrichten, die ich gerne verkünden möchte. Ich glaube, du kennst die auch noch nicht, oder? Nee. Habe ich dir schon irgendwas erzählt gehabt? Nee, ne? Ich habe mit dem guten Ranzratte gesprochen. Und Stefan hat mir geantwortet und gesagt, boah krass, über Mikrofone? Boah, da würde ich mich aber echt freuen, wenn ihr mich einladet. Meine Damen und Herren, Sie kriegen audio-technisch kriegen wir Verstärkung von Ranzratte. Wir werden uns mal auch ausführlicher über Mikrofone unterhalten und haben dann auch jemanden da, der noch mehr Hintergrundwissen hat, als das, würde ich jetzt mal sagen, von Alex und mir, Basiswissen für das, was wir brauchen. Und dann wird es das wohl demnächst mal geben für euch mit drei Personen. Das wusstest du auch noch nicht, oder? Wir hatten nur geschrieben, wir hatten ja nur geschrieben von wegen hier, ne, Ranzratte, dies, das und ja. Dann ist meine Überraschung gelungen, damit wollte ich dich nämlich auch überraschen. Sehr gut. Ich hoffe, du freust dich auch da drauf. Ja, klar. Das heißt, wir brauchen noch, das heißt, wir brauchen noch ein Setup mit drei Kameras hier mit drin. Ja, das kann ich. Machen wir das dann, dass wir die schrinken, dass die nicht mehr 16 zu 9 sind, dass die links noch nicht abgeschnitten sind? Ne, die machen wir bei 16 zu 9. Was willst du denn jetzt schon wieder mit der Desktop-Sache dann? Okay, pass auf. Fairerweise, Alex, ich möchte das nicht verneinen. Wir unterhalten uns beide darüber und finden eine Lösung. Das ist, glaube ich, besser, als wenn wir jetzt hier vor der Kamera uns die Beine kloppen, was wir nicht wollen, was wir wollen. Was hältst du davon? Ich finde, wir sollten da lösungsorientiert herangehen ohne den Streben. Frag mal, frag mal den, deinen, deinen Overlay-Ersteller, was, der hat bestimmt sofort wieder die bessere Idee. Wenn wir jetzt, wir so, ja, wir wissen das voll gut und dann eher so, mach das doch so. Ich hätte zum Beispiel gesagt, wir machen links einfach alle drei untereinander. Fertig. Und dann rechts das Bild. Fertig. Das Bild von was? Na, du meinst jetzt so generell einfach, ach man, lass uns das nachher machen, da müssen wir doch jetzt nicht über auf dem Stream drüber sprechen. Meine Damen und Herren, wir machen demnächst eine Folge mit dem Herrn Ranzratte ohne 1337, weil er hat ja sich überall umbenennen können. Wir sprechen ein bisschen über Audio, insbesondere über Mikrofone. Ja. Und sprechen mit jemandem, der wahrscheinlich mehr Mikrofone besitzt als viele von uns. Ich glaube, er ist einer der wenigen, der so viele Mikrofone hat, dass er sie sogar in einem, in einer, in einer Vitrine hinter sich irgendwie stehen hat, ne? Ja. Hat er die noch? Ja, ich glaube. Ich glaube auch. und mittlerweile sogar ein Mikrofonsponsor hat. Das wusste ich noch gar nicht. Er ist mit Schuhen verpartner. Sehr cool. Da kommt man auch nicht so ein weiteres dran. Habe ich mich sehr gefreut drüber für ihn. Das ist wirklich eine tolle Partnerschaft. Also vor allen Dingen, weil das ja auch so ein Mikrofon ist, was alle haben. Und er ist jetzt einfach verpartner. Finde ich gut. Habe ich mich sehr gefreut. Und da werden wir auf jeden Fall ein bisschen was kriegen an Infos. So, aber möchtest du das Schlusswort heute? Möchtest du schließen? Ich schließe, indem ich sage, ich habe mich sehr gefreut, dass wir heute mal wieder schön überzogen haben. Wenn ihr uns noch Setup schicken wollt, dann benutzt bitte auf Twitter den Hashtag Hardcast Setup. Wir sammeln das, wenn nicht genug zusammengekommen sind oder wenn wir der Meinung sind, wir suchen was Spezielles, dann sagen wir das nochmal. Aber postet das ruhig schon mal. Ich trage das bei mir in so eine kleine Liste mit ein, damit es nicht verloren geht. Und Herr Nils, es war wie immer eine Freude, dass wir in vielen Dingen nicht der gleichen Meinung sind. Sonst wäre es nämlich mega langweilig. Und ich freue mich auf die nächste Woche. Ich sage dir so, wie es ist, Alex. PC entweder an der Wand oder unter den Tisch. Weißt du? So eine halbe Dinger, wie du da auf dem Schuhkarton draufstellen und so. Da bin ich einfach kein Fan von. Aber das ist auch okay so. Ich dulde trotzdem, dass du es so hast. Und ich finde es schön, dass dir dein Schreibtisch gefällt, Alex. Das finde ich sehr schön. Danke. Danke. Und ich mag deinen Raum immer noch. Ich bin jede Woche, wenn ich dich sehe, in deinem vollen Antlitz, so gut aussehen, wie du bist, mit deinen grauen Spoiler an der Seite. Du siehst einfach fantastisch aus. An deinem fantastischen Schreibtisch. Kuss. Der einmalige Gewinner des bisher nur einmal ausgetragenen Contests zwischen Gut und Böse bedankt sich und ist damit raus. Meine Damen und Herren, wir schließen heute die Folge ab. Vielen Dank, dass ihr zugeguckt habt. Ich wünsche euch allen einen wunderschönen Abend. Bis zur nächsten Folge, pünktlich, am Mittwoch zwischen 18 und 20 Uhr nächste Woche. Tschüss. 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 Tschüss.